Zimmermann, Karadassi, der Games in Metro, Renglau und Evo Pugli, Evo Pugli, Evo Pugli, Evo Pugli, Evo Pugli. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ............ ............... ............ ......... ..................... Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ............ ............ ......... ............ ............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... Vielen Dank. 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 Herzlich willkommen zur Galando World Series 2023. Mein Name ist Dominik Wetter, zu meiner Rechten für die Technik verantwortlich, Roman Habitzl, der sich auch um die Replays kümmert. Und zu meiner Linken, der hohe Besuch, der Bruno, der Bruno, der Bruno von der Salzburger Grenze, ist, Und immer da unterwegs, so ein bisschen rasender Reporter-Style, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Da, wo irgendwie die Bälle fliegen, da bin ich unterwegs und das sehr gerne, weil unterstützenswerte Sachen passieren, zum Beispiel wie hier, schöne Wurzel-Action, schöne Kicker-Action. Und was ihr jetzt nicht mitbekommen habt, das ist mittlerweile unsere dritte Anmoderation. Ihr könnt vielleicht kurz Feedback geben, wie zufrieden ihr damit wart, weil wir haben an der Technik und am Sound gefeilt. Deswegen war der Einstieg ins Match jetzt für euch so ein bisschen ein Stummflug, beziehungsweise nur mit Tischsound. Und jetzt aber ein voller Manpower am Start für euch. So, was haben wir denn verpasst? Genau, das ist noch der erste Satz, jetzt gerade im Ballbesitz Daniel Burmettler und in der Verteidigung Benjamin Wilford. Ich glaube, das war auch schon das zweite Timeout. Benjamin, der Benni spielt ja eigentlich vorne, üblicherweise. Boah! Raketenpass und dass er sich den auch gleich fischt. Richtig stark. Daniel jetzt wieder mit den Zügen. Also im offenen Doppel sind die beiden die klaren Favoriten. Und der ist richtig bitter, vor allem zum 3-3 Ausgleich. Da schmerzt der schon ein wenig. Und jetzt sehen wir auch auf der Auflage Florian Ton-Weidinger. Der Florian hat erst vor kurzem bei den österreichischen Meisterschaften den Titel im Doppel mit Marco Sussiske holen können. Wahnsinns Überraschung. Irrsinnig gut gespielt. Das war im Finale gegen Jakob Heinrichsberger und Sacha Couchet. Und jetzt aber wieder mit seinem Standardpartner Adam Bustasegi. Ein irrsinnig verspielter Spieler. Ich spiele total gern gegen ihn, irrsinnig nicht. Short Shoutout to the wife of Adam, who seems to be watching. Adam as Liz told me so. Und jetzt wieder ein großartiger Pass von Daniel zum Benni. Der da an der Bande läuft bei den beiden. Der ist gut getaktet und gut eingespielt und gar nicht so easy zu fangen. Den werden sie penetrieren, bis er ausgeblutet ist, bis nichts mehr geht damit. Aber klar, warum soll man es ändern? Und stark ist halt auch, dass sie den Ball immer trotz der Passschärfe bei sich behalten können. Finde ich echt schwer. Weil durch die aufgeschrägte Bande beim Galando bekommt der Ball oft alter Schwede. Haben wir deinen Replay oder war der zu schnell? Der war sogar fürs Replay zu schnell. Baby, Baby. Wenn ich da über Passgeschwindigkeit, lässt Daniel da einen fliegen. Und jetzt zack, haben sie die Nase vorn. Florian von Weidinger hast du vorher angesprochen. Überraschungssieger bei der österreichischen Meisterschaft. Ich bin schon ein paar Mal in den Genuss gekommen, gegen ihn zu spielen. Bei den Salzburger Landesmeisterschaften. Zaubert da auch ein Päschen raus. An der Adam mit der ganz schnellen Aktion hat er eigentlich gut ausgeschaut. Leider ging sie nicht aufs Tor. Der Adam hat auch einen... Oh, das war schon der Satzfall. Und das ist eine Qualität bei den beiden. Hört man uns, wenn Replay läuft oder sind wir da weg? Wir sollten zu hören sein in den Replays. Okay, das könnt ihr uns auch bestätigen eventuell. Also eine riesen Qualität bei Daniel und Benni hat man jetzt deutlich schon gesehen. Also fliegender Wechsel. Da kann jeder mit jeder Stange alles machen. Und dann haben sie erstmalig gewechselt. Dann fliegen trotzdem die Pässe nach vorne. Das ist schon alles echt super tight, präzise und eingespielt. Und zum Schluss waren es eben zwei Dinger von hinten, die den Ausschlag gegeben haben. 1-0 in Sätzen. Und Adam, schade, dass wir sie nicht im Bild haben. Können wir das mal versuchen, da Florian und Adam ins Bild zu bekommen? Ja genau. Florian ist einer, der unglaublich viel kommuniziert. Also viel Feedback und viel Konstruktives zwischen den Sätzen. Absolut. Ich unterhalte mich da auch sehr gerne immer ein bisschen über Strategien mit Florian. Ich habe da auch schon mitgehört, zuvor einige Strategien von den beiden. Beispielsweise, was ich mitbekommen habe, wünscht sich der Florian, dass der Adam, wenn sie hinten sind, keine schnellen Aktionen macht. Zumindest im vorherigen Match. Das heißt, nur wenn es läuft praktisch so, oder wie? Ja genau. Ich hoffe, ich plaudere dir kein Geheimnis aus. Okay, dann hat er sich aber auf alle Fälle gleich im ersten Satz mal nicht daran gehalten, weil beim 4-3-Ball hat er einen schönen Pass von Florian bekommen und dann gleich mal abgerissen und verfehlt. Genau, ja. Vielleicht war das der Inhalt auch jetzt gleich vom Gespräch. Ja genau. Nein, der Adam ist ein irrsinnig verspielter Kerl mit einem unfassbaren Ballgefühl. Das Spiel auch im offenen Doppel, diese Einser. Ja, schau dir mal an. Yeah, yeah, yeah. Das Replay. Schicki, schicki. Ja, aber vielleicht tut er eben gut daran, da die Dinger nicht aus dem Lauf zu schießen, sondern einmal kurz ins Setup, also den Ball auf die perfekte Position zu legen und dann eben das zu machen, weil das es im Arm hat, hat er ja gerade gezeigt. Also bei dem von unten, der Einser wird in Österreich auch sehr, sehr gerne aus der Kombination gespielt. Da spielt zum Beispiel der Jakob auch irrsinnig viel. Der kommt besser aus der Bewegung, während der von oben häufig aus dem Stand oder aus dem Zug gespielt wird auf Galando. Galando ist halt ein Tick-Tack-Tisch. Am Leo ist das ein bisschen anders. Ich war fast enttäuscht heute bislang, wie ich auf den Tischen gespielt habe, dass die sind fast zu griffig praktisch. Ja, ja. Adam und Florian stellen da aber mit Sicherheit gerade keine Ansprüche, wie schön die Tore zustande kommen, sondern nur ob. Es wird aber auch diskutiert, ob da irgendwie eine Art Fall war scheinbar. Also es war zumindest schon ein paar Mal zu sehen, dass Adam schon ordentlich am Tisch zieht und ruckelt. Also einmal hat er ihn schon gehoben. Ich weiß nicht, ob das der Inhalt war. Aber das Tor dürfte gezählt haben. Ja, die drei steht bei Team Blau. Und jetzt unüblich. Oh, und wieder die schnelle Aktion. Jetzt darf er ja, Adam. Jetzt darf er ganz nicht spielen. Jetzt sind sie vorne. Nein. Ui, stark. Stark erhustelt von Florian. Ja, und er spielt richtig old school einfach. Da kommt, das muss man immer zu jeder Zeit mit allem rechnen. Jetzt der Torwartversuch, der aber schiefgegangen ist. Und dafür badet er sein Missgeschick gleich wieder aus. Genau, und im Klassik-Doppel ist es ja auch noch ganz wichtig. Also wenn man, da hat man eben die Auflage auf der 2, seinen Stürmer mit Bällen zu füttern. Boah, schönes Ding, schönes Ding. Und wir schauen uns das nochmal im Replay an. Und mehr oder weniger sehr ruhig. Und ganz rechts lang. Also Adam hat ein irrsinnig unangenehmes Timing. 4 zu 0. Also das Dark Horse, im zweiten Satz, setzt sich durch gegen die Torwart. Boah, die, also die, die, die Passtasche ist prall gefüllt mit lauter Leckereien bei, bei Daniel und Benni. Ja, wieder klasse, schade, den hält er nicht. Ja, und zum Schluss ist er doch vorne auf der roten 3. So, was macht man mit dem Ball jetzt, wenn man 0 zu 4 hinten ist? Ganz entspannt. Ganz entspannt. Na, im Endeffekt hat Daniel eben einen Monsterzug hinten und vorne. Ähm, Benni spielt halt im normalen offenen Doppel, ähm, Snake üblicherweise. Das heißt, er kann nicht auf seinen Standardschuss zurückgreifen. Während Adam eigentlich nicht snaked. Und jetzt auch wird ein Wechsel Adam hinten. Interessant. Ja, haben wir vorher schon gesehen, tatsächlich. Ja, gegen Daniel, so. Ob es was bringt, ja, der ist kurz und pfundig. Wunderschön auch das beim Galando, das Geräusch, finde ich, das hat so was von Luftpistole, wenn der Ball da hinten einschlägt. Das finde ich tatsächlich, der Torsound ist sehr, sehr cool. Absolut. Und Florian finde ich bislang so relativ verhalten. Also ich kenne ihn, dass er eigentlich schon kraftvoll und mutig rausspielt, mit viel Energie. Ähm, wundert mich. Jetzt haben sie trotzdem easy den Sack zugemacht und beziehungsweise den Satz 1 zu 1 Ausgleich. Ich habe Florian und Adam vorher gebeten, ihre Taschen aus dem, ja, aus dem Kamerablickfeld rauszunehmen und war deshalb noch in der Nähe der Final Area und habe dann so ein bisschen die Taktik-Vorbesprechung noch oder die Mental-Vorbesprechung mitbekommen, den emotionalen Teil. Und hat Florian zu Adam gesagt, Adam, pass auf, die sind klare Favoriten, wir sind die Underdogs, wir haben nichts zu verlieren, wir können befreit aufspielen. Hat in dem zweiten Satz jetzt funktioniert, wobei eben bei Florian sehe ich sogar noch Steigerungspotenzial, vor allem im Rausspiel. Ja, also ich finde, Florian hat relativ wenig Bälle auch auf die genische 5 oder 3 verloren und dementsprechend finde ich, das ist eigentlich das Wichtigste für den Link. Aber schauen wir mal, haben wir eigentlich den Satzball? Ich glaube, den können wir uns nochmal anschauen. Schön, ja. Schön, ja. Aus dem Stand, schräg dazwischen. Eine underrated Option meiner Meinung nach. Und es ist ja die Verteidigerdisziplin. Klar, allein schon wegen der Auflage. Also es wird immer im Verteidigerbereich gestartet. Ganz ungewohnt zu spielen, auch für viele Stürmer, weil man sich selbst eben nicht so füttern kann mit Bällen. Weil normalerweise kann man sich ja immer irgendwie die Bälle selbst besorgen, spätestens wenn der Gegner gescored hat. Das ist da anders, man ist schon ein bisschen abhängig vom Teammate. So, jetzt dynamischer Wechsel. Daniel und Benjamin ziehen es gleich durch. Da hätte er ihn ja fast gefüttert auch wieder, ja. Konnte Adam nicht kontrollieren. Daniel hat auch eröffnet mit einem guten Schuss und jetzt wieder aus der Mitte. Ja, da waren vorher schon ein paar dabei. Irgendwann ist es auch kein Glück mehr. Nein, ich finde es ist total schwierig auch, wenn der Ball auf die Fünferreihe kommt, den gefährlich gezielt ansatzlos aufs Tor zu bringen. Und der Adam, dem scheint das sehr gut zu gelingen. Das ist der zweite Ball, den er jetzt da abgibt. Ungewöhnlich eigentlich für seine feinen Hände. Und da kommt das erste Timer. 1-1, wir kennen das in Österreich sehr gut. Benni hat eine irrsinnig gute Timeout-Kultur, würde ich das nennen. Der sagt einfach, diese entscheidenden Bälle auch schon early im Satz sind irrsinnig ausschlaggebend für den Verlauf. Und ob er jetzt da jetzt das 2-1 macht oder nicht. Ich glaube, sie wechseln wahrscheinlich auch gleich wieder, oder? Dass Daniel den gleich mal versucht wegzuschießen. Ich glaube, sie werden versuchen, die Timeouts generell aufzuheben für die 3. Damit der Daniel dann eben seinen Zug auspacken kann, den jetzt wieder Adam zu verteidigen hat. Wundert mich, dass sie da immer so fleißig hin und her wechseln. Florian finde ich eigentlich schon wirklich unangenehmer Verteidiger. Oh, der Heiler passt weg. Dreht der nochmal um? Ne, der ist verloren gegangen. Ah, der wäre natürlich schon ideal gewesen. Der hätte Daniel und Benni ein ganzes Timeout gekostet, der Ball. So haben sie zweite Chance. Aber guter Block gerade von Flo. Wobei der wieder richtig schön getimt, ansatzlos. Ein Zuckerl. Uh, der Adam, so wie der den geblockt hat, hätte Flo fast behalten können an der Bande. Ja. Benni hat ja auch schon gescored von hinten in diesem Spiel. Beide sehr gefährlich. Patsch, geradeaus, ja. Ich weiß nicht, ob du das gerade gesehen hast, Bruno. Aber er hat den Ball wirklich jetzt gar nicht auf Anschlag oben den Cut. Also mehr oder weniger, dass er auch bei dem Zug, wenn er auf Anschlag steht, kann er den nur geradeaus, wenn er nicht ganz an der Bande steht mit der Figur, kann er ihn auch ein bisschen retour sozusagen auch sich öffnen. Und war das so einer, der so leicht, hast du schon so ein bisschen retour gesehen sogar? Ich glaube schon ganz, ganz leicht. Also ich glaube, wenn er auf Anschlag gestanden wäre, hat er da diese Ausholbewegung für den Geraden, ist mit der Gegenbewegung dann einfach ein bisschen anders, ja. Jetzt aber wieder auf Anschlag. Ja. Und ein Störball. Der wird entfernt. Ihr müsst euch vorstellen, da stehen 60 Tische eng an eng. Und er hat den gerade so schön aufgelegt, ja. Aber jetzt schauen wir mal. Und das ist manchmal ganz tricky beim Galando, die Auflage. Ja, schön ausgehalten von Florian. Da mit dem Torwart kurz positioniert und stehen geblieben. Ja, und bei Zügen ist es auch eigentlich gar nicht so easy, den Ball zu clearn. Also wenn der Ball in die Deckung kommt, springt er gerne wieder auch zum Stürmer zurück. Und der Florian hat den aber entweder behalten oder, ja, gleich weiter. Ah, das wäre jetzt beraten mit bisschen mehr Zeit, bisschen mehr aushalten. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass der Florian da den Griff locker hält, sozusagen, dass er nachgibt ein bisschen. Dass deshalb der Ball bei ihm bleibt. Das ist eine der Strategien, die man da machen kann. Bam! Zwischendurch, ja. Aber das ist, das ist im Endeffekt die Aufgabe, die Adam und Florian zu bewältigen haben. Sie müssen verhindern, dass Benni und Daniel sich gegenseitig da mit Bälle auf der 3 füttern. Also die Positions auf der 3, würde ich sagen, sind schon eher bei Rot als bei Blau. Und dadurch, also sie haben jetzt eh top verteidigt, die beiden da im Linzer Shirt. Aber wenn es so viele Bälle vorne auf der 3 gibt, dann ist egal, ob Dani oder Benni da vorne steht, dann scheppert es halt einfach. So, jetzt wieder 4 zu 1, Möglichkeit. Benni hätte den Timer genommen. Und Florian feiert das richtig, diesen Block. Ich finde, das ist generell auch total wichtig für einen Verteidiger. Der Job ist natürlich in erster Linie zu halten und das macht er. Und dann zu clearen den Ball. Also Tore schießen und Pässe sind... Und jetzt macht er selber eins. Und das sind so Florian-Momente. Da ist er brutal stark. Also ein irrsinniger Kämpfer, den man nie abschreiben darf. Und auch einer von vielen Wutzlern und Kickerspielern, ins Tor reingequatscht, aber der war kaum zu sehen. Der man jetzt sicher in der dritten Person redet. Das ist irgendwie so ein Kicker-Tick. Das gibt es unheimlich oft. So, 4-2. Adam. Ja, ist wenig ins Spiel gekommen. Das ist diese Nummer für einen Stürmer, die manchmal beim Klassik unangenehm ist. Und der ist wieder da richtig schön zwischendurch geschlenzt und trotzdem auch mit Zug. Schickes Ding. Wirklich fesch. Und jetzt der Pass kommt eigentlich nicht an, aber über die Bande, die kommen auf Galando nicht immer so sauber zurück. Da hatte er jetzt auch ein bisschen Glück. Und jetzt Benni. Timeout. Mit der Zug. Ja, zweites Timeout. Und ich gehe davon aus, dass er auch wieder Daniel schießen lässt. Sind da noch ganz entspannt. Ja, die wissen die beiden, wann sie anziehen müssen und wann es wirklich ernst wird, als wenn man nochmal ein paar Prozente hochklappen muss. Das können die. Benni ist aber nicht für Pilachtal aktiv, oder? Nein, die teilen sich das Shirt, um quasi das gemeinsame Team darzustellen. Hotshots in Graz ist der Benni, während eben Daniel Burmettler für das Spielachtal. Daniel Burmettler jetzt wieder mit dem Zug auf Anschlag. Und mit der Chance zum Satzball nimmt wieder die Option geradeaus und der fliegt ihnen so ein bisschen um die Ohren. Geschenk für Adam, der muss rein. Der muss rein, ja. Und er dient auch das Timeout, anstatt schnell zu schießen. Da haben sich auch schon ein paar Zuschauerinnen jetzt in die Final Area verirrt, sind mit Daniel gut befreundet. Sind Litauerinnen. Die beiden habe ich in Bratislava jetzt auch zweimal gesehen. Deshalb natürlich auch ein Träumchen, was da so international in der Community zusammenwächst und Freundschaften sich bilden. Schöne Sache. Freunde gibt es da jetzt aber gerade nicht wirklich. Und da war sie wieder, die schnelle Aktion. Nach dem Timeout aber nochmal unerwarteter. Zu vorderen erhofft, genau, den hat er wieder probiert, diesen Geraden. Vorher war er sogar ein bisschen mehr schräg. Und bekommt in Rebound das Foto. Schauen wir uns den schnell noch an, bevor es zum Satzball geht. Eiskalt ausgenutzt. Daniel jetzt am Ball. 4 zu 4, hat vorher schon ins Kurze einen geschossen. Wunderschön. Und bleibt hängen, weil die Tisch zu krepig ist. Sie haben auch keine Timeout mehr. Er hat da jetzt durchziehen müssen. Ben ist irgendwie so Weltklasse. So, was macht er jetzt? Er muss schießen, sie haben keine Timeout mehr. Ja, der kommt nicht ganz so explosiv wie bei Daniel. Aber der hat es vorher von hinten schon unter Beweis gestellt, wie es gehen kann. Und das wäre so ein Floh-Moment. Da jetzt zum Satzball. Ob er wieder den Einser macht? Ja, nimmt die Nummer sicher Variante. Kein Risiko, Pass nach vorne. Ich glaube, dass er wieder auf den Pass geht. Da hat er kurz gelockt, auch der Daniel. Ist er nicht gestanden im Langen und dann am Ende hingefahren, auch wenn Florian daneben geschossen hat. Habt ihr das gesehen? Uh, und dann gibt es den Ball. Ja, und da feiern sie sich für diesen Ballgewinnen. Dieser Ball könnte diesem Spiel eine ganz interessante Wendung geben. Mega interessant, weil klar, Daniel und Benjamin sind eindeutig favorisiert. Auch wenn Adam und Florian jetzt absolut keine unbeschriebenen Blätter sind. Aber da jetzt 2-1 in Sätzen in Führung gehen, das wäre schon ein kleiner Knaller. Und so ein bisschen hätte ich Bock drauf, weil ich Lust drauf hätte, Daniel und Benny unter Druck performen zu sehen. Und Adam nach links, starke Nummer, 5-4. Ja, und jetzt ist das eingetreten, was ich mir gewünscht habe. Ich glaube nämlich, dass das jetzt passiert, was ich vorher angesprochen habe. Dass Daniel und Benny jetzt wissen, okay, sie müssen und das jetzt auch tun. Der guckt sicher unseren Stream, hundertprozentig. Ich glaube auch, ja. Ganz gespannt, ja. Alter, der Stream ist viel cooler wie in live. Ich glaube, wir werden nicht mehr, dass alles, dass alles gut gut funktioniert. Oh, ja. Ich glaube, wir werden nicht mehr, wenn es bleibt, wenn es nicht mehr so gut geht. Ja, 2 zu 1 Satzführung für Adam und Florian, jetzt überlegen es schon die beiden. Ich bin gespannt, ob sie jetzt zum Beispiel die Timeouts nicht so früh nehmen und sozusagen für Daniel die späteren Bälle aufheben auf der 3, wir werden es gleich sehen. Wäre witzig, wenn er jetzt gleich einen Timeout nimmt, glaube ich aber nicht. Nein, wir wissen es ja nicht. Zwischendurch, der hat Platz, zwar mit Goalie-Kontakt, aber drin ist drin. Ich glaube, der war ein bisschen retour. Schauen wir uns das an. Und war dann noch eine schräg retour? Schwer zu sehen, ich glaube relativ gerade eigentlich. Also, die Aufgabe für Daniel und Benni ist, die Quote auf der 3er-Reihe wieder ein bisschen noch umzuschrauben konstant, weil eigentlich an Bällen vorne mangelt es nicht. Oh ja, schönes Ding aus dem Tick-Tack. Da müssen wir bitte irgendwie einen Begriff finden, weil der nennt sich ja in der Szene der Dumme dieser Schuss und also finde ich, das ist kein schönes Wort für so einen schönen Schuss, weil das impliziert, weil das impliziert, dass der Gegner irgendwie was falsch gemacht hätte. Dabei ist einfach so in dem Fall einfach saugeil geschossen gewesen. Das ist genau so wie der Monster-Einsatz. Und auch mit dieser Fake-Bewegung davor. Mit den Helikoptern. Nein, Helikopter ist es ja gar nicht. Nein, Helikopter ist immer rundherum. Wenn er rundherum dreht um den Ball, den Helikopter-Pinshot. 2 zu 1 und jetzt den Ball sicher kämpft. Übrigens, Daniel ist zuvor vorne geblieben. Das heißt, er hat gar nicht einen Heimatknuss und einen Killer. Dass er den sieht, der Adam. Unfassbar. Dann vor allem ganz kurzer Tap drauf und sofort durchgezogen. Schön gemacht. 2 zu 2 Ausgleich. Die Nerven muss man haben. Mit der 5 ordentlich runtergestoppt. Ja, Defense funktioniert auch gerade. Im ersten Satz haben sie zwei Dinger von hinten kassiert. Das haben sie abgestellt bekommen. Deswegen haben sie jetzt auch die Nase vorn. Ja, und am Anfang haben wir gesagt, der funktioniert mehr oder weniger blind. Plötzlich so kleine Schwächephasen. Unter Druck, ja. Jetzt müssen sie zupacken, Adam und Florian. Genau, im vorherigen Satz haben, glaube ich, so Benni als auch Daniel von hinten jeweils ein Tor geschossen. Er ins Kurze war auf jeden Fall zuvor dabei. Und jetzt wird er wieder der Pass ausgepackt. So, Florian. Auch mit dem Tick-Tack von hinten. Ja, das war einer der Bälle, die er im Finale abschließen konnte. So, jetzt bin ich gespannt. So richtig lang hat er bislang eigentlich kaum gezeigt, der Benni. Aber er geht immer wieder so zwischendurch da, so auf dem 11er-Punkt. Da hätte schon ein Bällchen Platz eventuell, wenn er den richtig zügig trifft. So, und jetzt überlegen sie, was ist zu tun? Ja, 2 zu 2. Erstes Timeout. Das heißt, sie können da auf jeden Fall noch wechseln, den Daniel nach vorne schicken. Ich glaube, er überlegt auch, ja. Übrigens, im Classic hat man 10 Sekunden Zeit auf allen Stangen. Üblicherweise hat man ja auf 2 und 3 15 Sekunden. So. Und Benni macht das da. 3 zu 2. Also sie sind wirklich das Timeout genutzt und nicht Daniel nach vorne geschickt. Aber jetzt nach dem Timeout ist Daniel vorne. Spannend. Das passiert tatsächlich ziemlich häufig. Also das habe ich an mehr Tischen schon gesehen, dass die tatsächlich so viel Grip haben, die neuen Tische mit den neuen Bällen, dass man oft hängen bleibt. Ja genau, also man muss den Ball wirklich direkt unter der Stange führen. Dann ist das kein Problem. Aber beim Galandusch legt man, führt man den Ball gerne hinter der Stange, um ein bisschen mehr Druck auf den Ball zu bringen. So. Erlocken sie ihn komplett. Schönes Rausspiel. Adam catcht sich den wieder. Möglichkeit zum Ausgleich vergeben. Da hätte er wieder den durch die Mitte gesucht. Aber Daniel war auf dem Posten. Und er kriegt ein Geschenk. Das braucht er jetzt. Kommt wieder die Windmühle. Doch der Helikopter. Das war jetzt der Helikopter. Der hört uns. Gleich den Vorführeffekt. Grazie dafür. Pass. Boah, von wegen. Rein damit. Das war schon wieder so kurz vor. So Benni, ach der nimmt doch jetzt sicher einen Timeout. Und dann zieht er noch auf Sekunde 10 einen hinten raus. Und zu einem äußerst günstigen Zeitpunkt für die beiden. Ja, schleift ihn da ins Lange. Und sie haben auch noch einen Timeout. Aber der Daniel lädt es eh vorne. Ja. Uh, kriegt er da Adam wieder ein Geschenk? Nein. Daniel kriegt das Geschenk. Aus der Fünf. Oh, den Pass bei dem Standspiel. Sehr gut. Oh yeah. Das sind die erste Schotze, die ich sehen will. Lässt ihn abtropfen und dann ins Kurze. So was sieht man halt in erster Linie. In Österreich. Ja, genau, ja. Und das macht es halt schon richtig schön einfach. Ja, sehr vielseitig. Und ich finde, das finde ich wirklich auffällig. Und ich war in Kirchberg an der Pilach bei dem Leo-Turnier am Anfang des Jahres. Es war so cool zu sehen, wie sich die Spielstile angleichen und wie sich Leute was abgeguckt haben. Und ich finde es schon auffällig, dass die österreichischen Spieler und Spielerinnen mehr dazu neigen, sich einfach sowas auch bei so einem Ball zu trauen, wofür man in Deutschland teilweise schon fast so ein bisschen gecancelt wird, weil das dann so als unseriöser, unernster Schuss abgetan wird. So, naja, wieso hast du da jetzt gedaddelt? Na ja, war es ja nicht, sondern er hat sich ja was dabei gedacht. Und da ist, finde ich, viel mehr Selbstvertrauen und Mut für solche Optionen, die auch zu spielen da in Österreich. Ja, absolut. Und für euch an den Endgeräten halt viel schöner auch. Das denke ich auch, ja. Oh, schönes Pässchen. Guter Opener für Satz Nummer 5. Jetzt ist Crunch Time, jetzt wird entschieden. Und den hätte Adam gern drin gesehen. Ging aber nur in den Pfosten. Tja, richtig schöne Passroute ist das gerade von Florian. Da hat er einen Passkanal entdeckt. Ich finde, es gibt in jeder Deckung so ein bisschen blinde Flecken irgendwie. Immer, es gibt immer ein Loch, ja. Manchmal ist es schwierig, wenn Leute irrsinnig gut reagieren, diese Löcher zu sehen, ja. Zeit wieder für Florian, glaube ich, weiß er selbst. Aber kein einziges Mal den Ball auf die 5 oder 3 haben wir ihn immer wieder bekommen. Deswegen nicht so dramatisch. Und jetzt aus so einem nicht so schönen Ball. So, was kommt? Jawohl, die Antwort. Das kann Adam auch. Der Hund hat so einen Schussansatz, der einfach irrsinnig schön. Also man sieht es bei Adam relativ selten. Aber das Ding ist übrigens auch, wegen sich das Trauen so total mit der Außenfigur. Wenn man immer wieder zum Zug auflegt, hat man oftmals die Gelegenheit, sich anzuschauen, wie reagiert eigentlich das Abspielen von der äußeren Figur zur mittleren Figur der Verteidiger. Und das sieht man dann öfter schon. Okay, den lässt er jetzt öfter auf. Und zweimal, na gut, den werde ich mir später aufheben. Vielleicht für eine Drucksituation, weil der ja schon ganz easy aus dem Handgelenk geht. Ja, schönes Beispiel für, wenn es heißt, im Kickersport Optionen. Also man guckt sich davor seine Optionen aus. Okay, auf diesen und diesen Schuss, auf diesen und diesen Ballanlauf könnte Folgendes gehen. Und dann muss man halt den richtigen Moment dafür finden. Absolut, genau. Und in Österreich übrigens ist es Wuzzeln. Nicht Kickern, zumindest in der Wiener Gegend und Sankt Pölten. Oh, wichtiger Save von Adam jetzt übrigens auch wieder. Ah, der Florian war schwierig zu catchen. Und jetzt fällt er ihn. So, wieder passen aus Timeout. Ich finde, also er hat jetzt wenig vorne gespielt, wirkt auch gerade nicht so catchy und confident vorne. Da würde ich schon sagen, wenn er den Ball auf der Fünf hat, muss er einen Timeout nehmen und Adam nach vorne lassen. Ja, ich finde, es gibt kein Muss. Also sie werden sich da schon was überlegen. Ich würde es ihm empfehlen, als Coach. aber siehst du, jetzt hat er sich den Brush durchgespielt und jetzt er deinen guten Zug vorne davor. Der kann, der wämst ordentlich, wenn er trifft. Ja, da war die Zeit knapp. Ja, mit den zehn Sekunden. saghaft dann. Das ist die Herausforderung beim Classic. Nur zehn Sekunden Zeit. Aber Florian arbeitet sich da rein, organisiert sich Bälle. Jetzt hat er auch den Blick nach hinten gemacht, wie viel Timeouts haben wir noch, glaube ich. aber er hat schon Bock zu schießen. Er sieht das noch und er denkt sich, den muss er. Das ist halt dann, das ist halt dann, ich kann schon verstehen, warum man lieber, oh ein alter Schwede, das ist natürlich jetzt schon ein kleiner Stich ins Pornweidinger Herz, weil praktisch den noch, und er hat schon überlegt, Timeout, Timeout, ja, Timeout, nein, Timeout, ja, Timeout, nein, dann vergibst du den und dann haut dir der Daniel Burmüttler so ein Ding um die Ohren, von dem muss er sich jetzt erstmal wie bei ihm. Ah stimmt, ihr ist nicht schön. Ihr ist nicht schön. Und Adam vergibt ihn leider 1 zu 1 im fünften Satz, das ist Last 42 im Classic Open Doubles. Daniel und Benni waren natürlich gesetzt und Adam und Florian haben sich durch die Qualifikation gekämpft. Vier Spiele im Schweizer System, mindestens zwei Siege hat man benötigt, um im Pro Top zu sein. So Daniel, jetzt die Chance zur Führung im fünften Satz. So, ja genau da, da hat der Platz in den Wechsel. Schauen wir uns den nochmal an, wie schön er den eigentlich ins Lange reinschleift aus dem Stand, wie von hinten aus der Verteidigung. Ja. Jetzt ist auch Florian das erste Mal so ein bisschen kleben geblieben auf der Platte. Daniel jetzt auch und Adam wieder die ganz schnelle Akzent. Die tun weh, also sie hätten durchaus schon die Möglichkeiten gehabt, hier im letzten Satz, im finalen Satz besser dazustehen, der Florian und der Adam. Auf der 3, da klemmt es. Und wie vorher, einmal ordentlich ins Setup gegangen, bloß einmal anlaufen lassen, zack, bumm, funktioniert wieder. Das sollte sich merken, richtig toller Treffer, schönes Tor. Also ich glaube, der Adam wird noch mit einem Quickshot überraschen, der erfolgreich sein wird, so wie zuvor, der Schräge. Ich mache mir da keine Sorgen. Florian macht einen klasse Job jetzt, finde ich, unheimlich stabil, lässt keine Bälle hinten rauslaufen und schon gar nicht ins Tor, irgendwie so ein rumfliegendes Ding, bringt die Bälle raus. Also die beiden sind wirklich, wirklich gut im Spiel und der Florian schraubt schon an seiner nächsten Überraschung. Ja, die Passoption hat jetzt der Penny durchschaut. Schöner Fünferblock. Also irrsinnig starke Blocks von Adam, weil der Penny ist wirklich eine Macht in der Mitte. Auch den hat er. Gefällt Penny nicht. 2 zu 2. Und da auch, er hat ihn gelockt, er ist da hingefahren auf Reaktion, der Florian. Er hat ihm Zug gemacht. Zuerst hat er ihn aufs Kurze gelockt und dann hat er das Zug gemacht, mittig. Irrsinnig schön. Wohl überlegt von Florian. Oh, und wenn Ball den nehmen sie mit Adam. 3 zu 2. Ja, da war er der Typ. Und jetzt Florian wieder. also die haben da jetzt wirklich die Führung gegen die Favoriten, der Star Wars. Ja, und ich finde, sie haben ein bisschen mehr vom Spiel. Also so ballbesitzmäßig, die gelbe Kugel liegt mehr bei Blau, sie schaffen es gut, sich gegenseitig zu füttern, sie haben mehr Anschluss, also Connection in ihrem Spiel. Absolut, ja. Kontrolle im letzten Satz und das war ja ganz am Anfang habe ich gesagt, das ist bei Benni und Daniel so stark. Jetzt ist es gerade Adam und Florian und genau das meine ich top, top, top. Wahnsinn. Und das wird Florian auch gefallen, dass Adam jetzt das Timeout nimmt, einmal durchschnauft. Um dann einfach ganz schnell da zu schießen. Und jetzt kommt deiner, der After-Timeout-Quickshot. Ja, schönes Ding. Schauen wir es uns nochmal an, wir haben nochmal Zeit. Einmal noch. Der Pass, elegant, tip top. Benni ganz knapp im Timing vorbei. Florian macht da jetzt noch ein bisschen Coaching für Adam. Und Benni verteidigt weiterhin. Und Pinshot. Wir haben schon links lang, rechts lang, alles. Schön, schön, schön. Und da kommt das erste Mal die linke Faust von Florian. Schulterklopfer für Adam. Es fehlt nur ein Ball, um unter die letzten 16 einzuziehen für Adam und Florian. Wahnsinn. Und der Daniel bombt da raus. Der spielt jetzt play to win, nicht play not to lose. So, der ist wichtig. Der muss ja, er lockt ihn so aufs Guardian, er macht ihn dann zu. Schaut er das an. Dieser Florian ist ein 1000-Sasser. Und kurz zur Erklärung, bei einem 4 zu 4 geht's in die Verlängerung. Das heißt, mit Overtime wird gespielt bei 4 zu 4 mindestens zwei Unterschiede bis maximal 8. 8 zu 7 ist das höchste Ergebnis, das zustande kommen kann. Ja, das würde mich natürlich freuen. Ich glaube, Adam und Florian sehen das anders. Die würden sich gerne über keine verlangen. Und jetzt wieder Adam in der Defense gegen Daniel. Also, Benni hat Daniel vorgeschickt, um den Anschlusstreffer zu braucht ein bisschen für sein Setup. Und dann die einfache Option. einfach, ganz im Gegenteil, wirklich schwer und technisch anspruchsvoll, aber einmal so den Pass nach vorne ausgelassen, sondern gleich von der 5 rein. So, sitzt das bei Flo im Kopf? Nein. Der schaut das an, er macht wieder eigentlich seinen wunderschönen Ball. Pass, diesmal war der Daniel aber vorne und hat genau gewusst, wie er stehen muss, um den abzulenken. Und jetzt ist die Chance zum Ausgleich für die Verlängerung. Und weiterhin ist es so, Daniel und Benni mit dem Rücken zur Wand, Dani muss den versenken, damit es weitergeht. Und Florian macht die Tür zu. Der lockt auf den Geraden. Es ist Adam nimmt das Geschenk nicht an. Und diese Feinheiten können über ein Spiel entscheiden. Läuft er die einmal zu oft da durch an der 5er Reihe oder nicht? Jetzt ist er drin, 4 zu 4. 4 zu 4. Ganz lang, oder? Rechter Winkel, ganz lang. Ja, irrsinnig stark. Das musst du aus dem Kopf bekommen, dass du da jetzt schon zwei Matchbälle hattest. Das kann auch mal schnell anfangen zu nagen. Ja, aber es ist trotzdem leichter gegen als Underdog sich dann nicht unter Druck zu setzen. Was glaubst du, was ist dein Call? Ziehen Sie es jetzt durch. Daniel und Benni, können Sie den Flow gerade nutzen und bringen Sie es nach Hause? Was sagt ihr zu Hause oder wo wo auch immer ihr seid? Der Florian wird jetzt glaube ich ja also ich setze ehrlich gesagt auf die Jungs von Wahl. Ich beliefe in den Adam. Aber da das 5 zu 4. Und jetzt hat sich die ganze Nummer einmal gedreht und das ist halt beim Classic Hard. So, da bekommst du so ein Ding. 5 4 bist du plötzlich hinten und musst wieder rausspielen. Bisher hat er das gut gemacht und der war wichtig der Safe auf der 5 Reihe. Schickes Pässchen um den Mechtspalt zu entfernen. Zweite Chance für Adam. Hat auch noch ein Timeout. Er lockt den Kette hinter viel. Wahnsinn. Er ist von Erfolg gekrönt. Und ein bisschen glücklicher. Schirsl. Adam schüttelt den Kopf weil er weiß er hat schon zwei vorne. Aber diese Deckung war ja gerade diese Eier 2 4 5 einfach in Beidegg die Stere. Adam hat irrsinnig gefährlich aus der Mitte geschossen. Genauso hat er angefangen mit dem und er kam richtig mit Zunde und ansatz los. Das da so zu machen bin ich gespannt ob er wieder macht. Super in die Deckung geschossen. Jetzt ist nämlich unentschieden. Sie waren nicht hinten. Er wusste er darf jetzt. 6 zu 5 Nase vorn wieder bei Adam und Florian. Schönes hin und her richtig schönes Auftaktspiel für euch im Stream und ihr glaube ich wisst am besten dass es heute noch eine Weile geht also ihr könnt schön wuzeln gucken das habe ich eigentlich schon fast drin gesehen wahnsinnig knapp man hat auch irgendeinen anderen Tisch fiel ein Tor und man hat das Tor gerauscht gehört ich war nervös ja guter Block von Daniel und jetzt Florian er hat vorher irrsinnig mit Kontident super in die Deckung geschossen Adam der Ball liegt relativ weit hinten der Ball zweite Chance neue Zeit für ihn Matchball Florian von Weidinger so das wäre wieder so ein Penny Moment hat schon wichtige Dinge von hinten raus erzielt in diesem Satz er hat wieder den Einser gemacht diesmal gecatcht von Daniel ganz spannend schön gemacht von Florian also gefühlt fährt er irgendwie immer so eine ähnliche Defense aber schafft es Daniel richtig schwer zu machen und jetzt hat er den langen einfach nicht sauber getroffen und dann reicht es nicht also das was er schießt muss er richtig schnell und perfekt im Timing schießen schön von Florian vielleicht wieder der Schliff in 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 wechsel das ist das beste wenn man blockt und er geht dann ins gegnerische tor flo hätte es gefeiert ich glaube der adam auch schön das linker draus jetzt bin ich allgemein gespannt sollten die das ding jetzt holen auf die reaktion stupst ihn raus ganz anderes Timing auch wirklich gefährlich von Flo und wieder ist es so dass aber gefühlt der ball eher mal bei blau unterwegs ist zuletzt waren wirklich deutlich mehr drei ball besitze bei blau ah bei rot entschuldige bei Daniel sie bekommen es gefühlt wieder so ein bisschen zurück die Kontrolle aber aktuell geht es darum wer bekommt den ball auf der drei ich glaube der Daniel hatte schon drei Chancen und jetzt die vierte auf den Ausgleich während der Adem glaube ich noch keinen einzigen Matchball auf der drei hatte zwei dreimal auf der fünf und da ist er wieder schlucken und da hat er sich kurz weggedreht der Florian der hat kurz geschmerzt den nochmal zu kassieren aber liegt nicht an ihm sondern einfach dass Daniel auch perfekt umsetzt einfach und jetzt ist nicht gut von Benni den Ball den Griff locker gehalten und ja der 1er so und wieder das Ding gedreht und jetzt ist es auf alle Fälle so wir sehen acht Tore es geht auf alle Fälle bis acht Daniel und Benni brauchen noch eins Adam muss den versenken Flo und Adam brauchen zwei Stück und Fernsehball der letzte Ball wird ausgespielt bis zum bitteren Ende ein Timer noch auf der Seite vom blauen super erstes Stream Spiel für heute ja und jetzt gibt es gar nicht mehr viel zu sagen wer macht es Florian du bärtiger Gott zieht den da raus es ist so spannend und da kommt der Pass Matchball mit Adam auf der 3 hatte ich glaube er ihm jetzt einen fußen Ränder gegeben der Florian ich habe es mir eingebildet zweite Chance ich glaube Florian spielt den Ball nach vorne Adam fängt ihn und ich bilde mir ein dass er ihm so einen leichten Ränder mit dem Fuß gegeben hat so Kollege nimm Timeout und das hat sich Adam nichts sagen lassen so heiß das kann auch heiß haben lass dir Zeit er hat sich dann Zeit gelassen der Adam nicht sofort kein Quickshot so und Benni spricht ein bisschen mit sich selber überlegt sich da was für die Defense weil er weiß er muss halten es gibt auch kein Timeout mehr auf beiden Seiten nicht 7 7 bis nach diesem Ball ist Feierabend für dieses Spiel Adam bringt den Ball ins Spiel und Pin da gab es einen Fall Call und der wird von Adam auch anstandslos bei 7 zu 7 macht er nicht sondern gibt den ab und Florian wieder mit seiner Hardcore Deckung weil man das Gefühl hat da ist doch Kurzplatz und Langplatz und trotzdem wischt er ihm alles weg der Zauber Bass super 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 stark und er macht das Ding Adam und Florian schau wie sich freut der starke Nummer starke Nummer der österreichische Staatsmeister im Doppel Florian bestätigt dass es kein Flug war Eintagsfliege not a Flug eine schöne Abschluss Szene also bezeichnend für dieses Spiel genau so haben sie nämlich eröffnet das finde ich war der Signature Move von Adam unter anderem in diesem Spiel diese durch die Mitte und davor das Save von Florian und Pass also besser kann man ein Spiel praktisch nicht abschließen mit Symbolcharakter haben es die beiden zu Ende gebracht waren für Daniel ist schon schluss das hat er glaube ich nicht eingeplant nein nein ich glaube der Zeitplan ging bis spät in die Nacht jetzt braucht er Ersatzprogramm die beiden waren halt gesetzt das ist schon oft ich habe mit Daniel gesprochen dass sie eigentlich sehr gerne auch die Quali spielen um warm zu sein in den Playoffs also ich bin selbst noch nie in die Verlegenheit gekommen irgendwie irgendwo gesetzt zu sein aber ich stelle es mir wirklich hart vor weil dir geht halt genau dieses Feeling für ein Turnier für den Tisch für die Bälle im Wettkampf geht dir einfach ab ich habe ein Küsschen das war an die Frau gerichtet oder als würde ja wissen wer da sitzt bei dir vielleicht weiß er ja nein das irrsinnig gutes Spiel also wirklich was für ein Opener Weltklasse ich würde sagen Bruno wir machen eine kurze Pause und melden uns dann bald mit der nächsten Runde zurück jawohl so wird's gemacht bis gleich und Lange Mit Lange kommen siempre sch ich Vielen Dank. 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 Yeah. es ja wieder so machen und daher spielen, es ist Partnertausch hier, die Julia spielt normalerweise mit Melli, die jetzt mit der Karin spielt und die Marina spielt normalerweise mit der Karin, die jetzt mit der Melli spielt. Genau, so kam es zu diesem Partnertausch, das sind jetzt in dem Fall zwei Stürmerinnen und Melli und Karin sind eigentlich zwei Verteidigerinnen, hat aber sehr gut geklappt. Schauen wir, wie sich die beiden Stürmerinnen zusammentun, die natürlich auch beide sehr stark am Tor sind. Lin mit der ersten Chance auf der 3, der Pin ist natürlich ein bisschen schwieriger als am Leo, der ihr Heimtisch ist, also klar ist es wahrscheinlich für sie eine Umstellung auf dem Galando dasselbe, ja auch die Pässe, es ist halt alles ein bisschen rutschiger und ja, wobei die irrsinnigriffig sind die Tische dieses Jahr, also wir haben noch nie gegen eine deutsche Verhältnisse, also nicht nur für Galando Verhältnisse, wir haben vorher gegen den Tobi, gegen den Müller, ja genau, den Freund von Lin gespielt und er hat zügisch gespielt und er ist immer hängen geblieben, man hat gesagt, griffiger als Leon hat. So, Lin wieder mit der zweiten Chance, Pinshot, rechts lang. Runter hat er dann funktioniert, ja. Genau, und Marina ist auch im Classic mit Karin üblicherweise übrigens die Parteidigerin. Bei Karin, die, also bei Karin einfach, das ist ihr Bewerb, glaube ich, Classic. Spielt volle Züge, glaube ich. Genau, mir die, wow, exzellente Pässe. Also, Ekaterina übrigens da auch eine irrsinnig starke Defenderin, richtig, richtig gut aus Rumänien, irrsinnig gute Reaktion, raced sehr, sehr gerne, sie haben auch gemeinsam die Bonzini WS beispielsweise gewonnen. Und die letzten zwei Jahre auch die Leo WS. Ja. Also sind da einige Titel-Holder drinnen und Kati hat letztes Jahr das Damen-Einzel gewonnen, oder? Das ist möglich, ja. Ich glaube, es war das Damen-Einzel, ehrlich gesagt, oder? Sie war auf jeden Fall am Treppchen oder im Finale, ich kann nur nicht sagen, dass sie gewonnen hat. Also ich habe das auf jeden Fall kommentiert, es war entweder das Spiel um Platz drei oder das große Finale, da bin ich mir leider nicht mehr ganz sicher. Ja, wir werden das später nachschauen. Auf jeden Fall unter den Top drei, das kann ich garantieren. Bisher auch relativ wenig Ballbesitz von Julia. Ich muss sagen, aber trotzdem, der Pin von Melin war wirklich irrsinnig gut. Also beide rechte Winkel, links lang, rechts lang. Auf Galando wirklich nicht so easy, wie du das eben auch vorher gesagt hast. Im Classic auf jeder Stange nur 10 Sekunden jeweils erlaubt. Üblicherweise sind es 15 Sekunden. Und das ist einer der legendären Pässe. Ich mag diese Optionen ja total gerne. Wenn die nicht gecatcht werden, dann werden die gerne gefährlich aufs Tor abgefälscht. Das passiert auf Galando ja wie einstudiert. Ekaterina, bisher hat sie wirklich viel wieder Pässe gespielt. Ich spiele auch jetzt wieder, ja. Und ein wacher Einser. Der war natürlich ein bisschen witzig, aber ich mag, dass diese Quick Shots einfach echt kalt schnell aufs Tor. Julia, ihr seid eine gute Fünfe meiner Meinung nach, seid zuletzt schon. Aber Lynn ist halt eine Blockmaschine. Ich habe jetzt nochmal nachgesehen, ja. Kathi hat letztes Jahr Women Singles gewonnen. Bin ich aus. Also, Ekaterina hat gewonnen letztes Jahr. Gegen wen war das im Finale? Ich habe ja noch vergessen. Ist es nicht wichtig? Sie hat gewonnen nach Wien. Gegen die Marina wird sie nicht gewonnen. Noemi. Ah, Noemi Takac aus Ungarn, ja. Ein internationales Finale. Ah, schöner Pass. Einmal quer drüber. Und ja, den verarbeitet sie auch. Also, der links langen Pin kommt wirklich, wirklich gut. Schauen wir uns im Replay auch gleich nochmal an. Und da ist natürlich dann auch die, ich unter anderem sage, logische, die, ähm, Entschuldigung, die logische Folge, dass sich die Mädels dann ein Timeout nehmen. Vielleicht gibt es eine kleine Taktikbesprechung oder sie, ja, besprechen, was sie ändern könnten. Oder es bleibt ihnen ja immer noch, dass sie beide Stürmerinnen sind, beide sehr starke Stürmerinnen, die Option, dass sie tauschen können. Was ich aber nicht glaube. Ich glaube, sie bleiben auf jeden Fall erstmal so. Julia hat ja jetzt gerade auch, ähm, die Stars-Meisterschaft gewonnen. Also, im Einzel. Schauen wir mal. Genau, ja. Und mit irrsinnig guten Schüssen von hinten, muss ich auch sagen, unter anderem. Deshalb, vielleicht gibt es auch mal einen Wechsel. Genau, vielleicht gibt es einen Wechsel. Ähm, aber ich glaube, für das erste bleiben sie so. Wahnsinn. Sehr schön. Gleich nochmal anschauen. Mit dem Übersteiger. Wunderschön. Sehr, sehr schöner Schuss. Und gutes Timeout, demnach auch. Jetzt wird ein Ball gecatcht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie, nachdem die Kati da so viele Pässe spielen kann. Super, abgefangen übrigens von Julia. Da auch was geändert wird, ein bisschen an der Deckung. Ja, wie gesagt, also, Ekaterina ist eine wahnsinns Verteidigerin mit dem Racing, auch irrsinnig schwer, an der Tore zu schießen. Und schleicht es auch aufs Lange. Ich überlege gerade, was das Loch am besten da wäre. Oder ich vielleicht die Passoption. Da ist jetzt der Bandenpass oben, weil ich relativ viel offen. Kann natürlich auch sein, dass sie sie lockt, aber auf den Pass. Okay, Marina versucht jetzt auch, mehr zu passen. Ein ungewohnter Fehler von Marina. Ich wollte gerade sagen, lässt aber wieder rauf. Offen. Ich weiß nicht. Ja, das Ripley gibt es. Schauen wir uns das noch schnell an. Vielleicht war es beabsichtigt. Uh, und da jetzt auch eine ganz schöne Kombi eigentlich von Julia. Aber 4 zu 2, also Satzball jetzt für Ling. Wird er wieder links lang? Nein. Uh. Der hätte ihm im eigenen Tor auch sein können, ja. Wichtiger Catch von Julia. Ja, und da ist der Dumme. Wir haben das Ripley. Ganz ins Kurze. Boah, elegant. Irrsinnig schön. 4 zu 3. Marina vielleicht wieder mit einem Übersteiger. Auf jeden Fall wieder mit einem Schuss. Ich glaube, das hat sie wahrscheinlich beim letzten... Ein bisschen geärgert, wie... Wie die Linie, die er dann abgenommen hat. Aber genau, die Schüsse können ja auch... Im Endeffekt als passt dann bei Julia landen. Genau, in die Deckung schießen und bekommen. Und jetzt fährt sie nicht ins Kurze, sondern... Ich glaube, sie wollte sogar ein bisschen schräg dazwischen. Aber jetzt kennt die Kati den schon. Interessante Deckung. Die kennen sich ja auch alle so gut. Also jetzt wegen der Deckung. Die Deckung kommt mir ein bisschen ungewöhnlich vor. Aber vielleicht ist das wirklich auch deren Deckung. Aber möglicherweise ist die auch wirklich direkt für die Kati so einstudiert. Jeder Spieler hat ja ein bisschen Stärken und Schwächen. Rechter Winkel, Schussansatz, Schliff und so weiter. Und diese Deckung kann wirklich genau auf sie abgestimmt sein. Was dem einen liegt, ist für den anderen eine Horror-Deckung. Und andersrum, also es gibt Leute, da komme ich gefühlt überhaupt nicht vorbei. Und bei anderen, ich weiß nicht, es gefühlt alles offen. Kurz lang alles geht. Und kleine Änderungen in der Deckung können dann gleich auch schon einen großen Unterschied ausmachen. Aber gut, im Moment würde ich sagen, da ist bei beiden Seiten jetzt irgendwie nicht... Der war schön, ja. Der war so edel langsam. Die Langsamen sind oft die Gefährlichsten. Aber ja, da ist auf beiden Seiten keine Deckung schlecht. Rechts lang, das war der erste Satz, oder? Erster Satz geht aber damit an Lin und Kati. Aber bei einem Best of Five ist noch immer alles drinnen. Und ich denke, also ich würde sagen, es ist trotzdem noch alles offen. Ja, nein, es ist auch total interessant für mich, dass Lin eigentlich nur lang geschossen hat bisher. Rechts oder links lang. Keine schräge Option, keine Standoption. Also scheinbar auch immer die richtigen Schüsse gewählt. Aber ich kann mir vorstellen, dass da die Marina auf jeden Fall eine Anpassung vornehmen wird. Vielleicht mehr die Schere machen. Kurz einmal alles offen lassen, bis auf den Lagen links, lang rechts. Das ist gedeckt. Wer sich übrigens fragt, ob Julia da Musik hört, das ist verboten beim Spielen. Das sind Europax-Anstöpsel. Genau, das ist erlaubt. Musik hören war früher erlaubt, oder? Vor meiner Zeit? Ja genau, ich glaube bis 2013 oder 2015 sind die Regeln gekommen. Das ist deshalb, weil es kamen dann eben auch diese ganzen Kopfhörer mit dem Handy, die sich verbinden, raus. Und dann hätte theoretisch jemand im Zuschauerbereich sein können. Der die Tipps gibt, ja. Ja, der einfach live sagt, jetzt den links lang oder was auch immer. Oder Motivationsgesänge. Motivationsgesänge, ja. Ja und im Zweifel auch hört man vielleicht nichts, wenn der Gegner Stopp sagt, dann gibt es eine Diskussion. Du hast das vor allem nicht angesagt und so weiter und so fort. Also ich glaube, es hat ehrlich gesagt genug Vorteil, wenn man nicht Musik hört. Außer der, der, die Person, die gerne zum Tisch, was bei Musik hört. Ja. Aber man muss dazu sagen, wir hatten heute in der Früh zum ersten Mal, zumindest für mich, gefühlt auf einem Tisch, was bei mir Musik. Und das ist sehr gut angekommen. Ah, okay, nein, das ist früher auch schon immer wieder mal gewesen, ja. Mir ist auch aufgefallen. Aber warum wurde es abgedreht? Weil wir hier im Stream sind. Ah, okay. Das wäre natürlich schwierig, ja. Also wir entschuldigen uns jetzt schon. Sonst werden wir von YouTube gesperrt. Ah ja, und hier geht es schon in den nächsten Satz. Auflage bei Marina. Im Klassik ist die Auflage immer hinten. Oh, schöner Passversuch, aber ein bisschen zu stark. Den konnte sich Ulle nicht stoppen, aber dafür hat sie ihn trotzdem. Super Cheap Pass, aber jetzt und such die schnelle Option, was kommt da beim Old School? Ja, da war vielleicht eine Besprechung, dass Old School vielleicht gehen könnte bei Kathi, aber das hat sie im Moment auch ganz gut. Und da jetzt ungewöhnlich, den nicht zu catchen, das ist dann, glaube ich, die Galando-Fahrer. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist halt dann doch kein Leo. Auf Leo hätte sie wahrscheinlich geglaubt. Ja. Ah. Und da ist er. Schauen wir uns gleich an. Der war sexy frech. Ja, ja. Wieder in dieses kurze. Wieder gefühlt ein Dummer, weil man hätte sich eigentlich gedacht, dass sie jetzt auflegt, dass sie da aus der Position ein Back-Ping in die Ecke spielt, das hat sich das Kathi eben nicht gedacht. Boah, toller Schuss von Marina. Ah, vielleicht noch einmal. Ei, 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 ei. Servus. Jetzt ist es wirklich frech, aber gut frech. Ja, das ist ein Frech-Tags, die Julia. Vor allem, sie steht da, schau. Und er klopft hinten rein. Wahnsinn. Ja, ein bisschen Glück war dabei, aber sie hat ihn tatsächlich, es hat sie einfach frech durchgezogen. Wenn Kathi da nicht dran wäre, wäre der Ball nicht auf dem Rücken von der Figur gegangen und dann rein. Ja, ärgerlich, ja. Das kenne ich leider. Jetzt aber Zug wurde eben geraced. Also ich glaube, gegen Kathi braucht man da wirklich einen total komischen Ansatz, vielleicht verzögert. Oder einen sehr, sehr langen. Ja, nein, lang reicht nicht, weil der raced sie ja mit. Okay. Da ist sie zu schnell, um die jetzt erkämpft. 3 zu 0, es läuft. Jetzt ist es 3 zu 0, ja. Irgendwie auch kaum Ballbesitzer. Die Lin schon einen einzigen Ball auf der 3 gehabt. Nein, das waren, das sind alle weg. Ja, genau. Und die logische Folge ist natürlich, also Männer und Frauen, ist meine Theorie, nehmen ja anders Timeouts. Ich habe das Gefühl, zumindest ist es meine Beobachtung, dass Frauen eher ein Timeout nehmen, eher, ich sage nicht immer, aber eher ein Timeout nehmen für sich, weil das Spiel gerade nicht so läuft, weil sie eine Taktikbesprechung machen wollen, weil und so weiter und so fort. Und Männer nehmen die Timeouts immer, um die Gegner zu stressen. Es ist so. Wirklich? Na sicher, bei einem Matchball oder bei einem wichtigen oder nachdem man ein Tor geschossen hat, was vielleicht den Gegner ärgert, da wird dann ein Timeout genommen. Ich sage nicht, dass Frauen das nie machen, aber in meiner Beobachtung, und ich beobachte es wirklich jetzt schon sehr lange, ist es tatsächlich so, Männer nehmen mehr, mehr um die Gegner zu stressen, das Timeout. Ja, nein, und es ist übrigens im Chat auch gefragt worden, Best of Five oder Best of Three, das Ganze ist Best of Five, man sieht das unten an den Figuren, an den Kicker-Figuren, wie man da in Deutschland sagt. Die, ähm, erstes Tor jetzt, dem nach Berlin und Kati, genau. Und jetzt hat sie den Wachen dazwischen gemacht, den Wachen dazwischen, ja, den Wachen dazwischen, den sehr edel, langsam, der ist so ein bisschen komisch, das ist so wie der Brush, der kommt da nicht fest, nach den langen Optionen zuvor immer. Was der Dominik gerade meinte, an diesen, ähm, da wird sich drum gefreut, an den Kicker-Figuren nicht am Tisch, sieht man das, sondern an den, äh, unten bei der Anzeige, über den Toren, die wir anzeigen, sind, äh, durchsichtige Kicker-Figuren, und, ähm, wenn dann nur zwei sind, dann gibt es quasi nur zwei Sätze, die man gewinnen kann bis zum Sieg, ja, da holen, äh, die Mädels sich jetzt hier mit den Zweiten, aber, ähm, Österreich braucht nur noch einen. Aber was heißt Österreich, das ist ja kein Teambewerb, aber, bei mir ist das Gefühl in einem Teambewerb. Also das ist gerade Österreicher gegen Nicht-Österreicher. Österreich gegen den Reis. Nein, das ist... Ähm, ja, wie man bei uns zeigt, also bei uns ist das nicht Kickern, sondern es ist Wurzeln, das dementsprechend sind das Wurzeln-Figuren. Und auch keine Puppen, sondern Figuren, ne? Ja. Genau, und wenn drei bei der Anzeige sind, dann gibt es drei Sätze zu gewinnen, das heißt, Best of Five, auf den ersten, äh, auf den dritten, auf den ersten, dritten gewonnenen Ersatz sozusagen. Und beim Best of Three muss man zweisätzig gewinnen, um zu gewinnen. Und das Timeout, ja. 4 zu 2, es ist doch total wichtig. Sie haben da auch nicht die beiden Timeouts. Ich glaube jetzt auch, wie du sagst, es ist nicht, um den Gegner zu stressen. Nein, genau. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie das macht, um hier gerade die Linne unter Druck zu setzen, sondern um nochmal durchzuschnaufen, zu überlegen und jetzt einfach den Ball reinzuhauen, vielleicht mit einer Ruhe. Marina hat auch gerade einen irrsinnig schönen Passversuch an der Bande gemacht, der von der Linne geblockt wurde. Mal sehen, was jetzt kommt. 4 zu 2. Satzball-Schubposition-Auflage. Ach, der war, ja, er wäre, er war auf jeden Fall genau. Ja, ich würde auch sagen, eben als Verteidiger ist definitiv das Ziel auch nicht dem Ball, dem Gegner auf die 5 oder 3 zu geben. Im Idealfall Tor oder deinem Mitspieler auf 5 oder 3, aber auch gegnerischer Goalie ist vollkommen in Ordnung. Auch Ziel erreicht. Schicker Passversuch. Da wieder diese Deckung. Siehst du das? So weit drinnen mit der ersten Figur, die Julia. Und auch wirklich ein schöner Pass, muss man sagen. Die kommen wirklich irrsinnig gut. Vor allem ist es einfach so eine, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, gemütliche Geschwindigkeit für den Stürmer, wenn die durchgehen. Ja genau, die funktionieren halt deshalb, weil die auch eben ein bisschen einen Trail haben, einen Spin. Und dadurch sind sie auch leichter zu catchen, aber auch schwierig einzuschätzen, auch als Gegenspieler. Genau, und kann man auch, ja, wenn man sich darauf einstellt, wenn es einem liegt, kann man ihn aber dann auch gut abnehmen. Genau. Ist das meine 5, das kann, aber eine gute 5 könnte das. Ja, nein, das ist so eine Typsache und auch mit der Deckung. Also Julia hat eine Monster 5 auf jeden Fall. Marina jetzt schläft uns aufs Lange. Aber Kathi, pass auf. Das war wieder der Passversuch, diesmal ein bisschen stärker. Auf jeden Fall ist das Spiel von Kathi und Lin sehr viel mehr auf Pässen aufgebaut, als von Julia und Marina, weil die Marina auch extrem stark von hinten rausschießt. Sagte sie, nachdem die Marina einem einen super Pass macht. Ja natürlich, passen kann sie auch sehr schön. Nein, du hast absolut recht, ja. Kathi hat auf jeden Fall deutlich mehr gepasst. Sie haben auch noch immer ein Timeout, Marina und Julia. Wieder die Bantenbrush-Option. Julia lässt sich dann nicht verirren. Da, siehst du das, wie weit sie drin ist mit der Außenfigur der Julia? Total interessant für die Deckung. Würdest du es anders decken? Das ist halt einfach Typsache, würde ich sagen. Aber die Pässe sind halt, denke ich, in dieser Deckung mehr offen. Und das sieht die Kathi, denke ich auch. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass die einfach ist, die Tore zu minimieren. Und das funktioniert ja sehr gut. Die Kathi, weiß ich nicht, ob sie überhaupt schon ein Tor geschossen hat. Ich glaube nicht. Wichtiger Ball für Julia und Marina. Satzball. Die Chance zum 1 zu 1. Versuch den Dummen sozusagen eigentlich schon, der schon mal geklappt hat. Aber die Kathi ist auch wirklich, also ich habe einige Spiele schon auf verschiedenen Tischen von ihr gesehen. Auch im Kicks Hamburg, da gibt es immer dieses Mittwochs-Doppel und da gibt es so einen Qualifikations-Doppel und Co. Und da haben auch die beiden zusammen gespielt. Also da kam sie auch aus Rumänien für dieses Quali-Turnier. Und sie hat eine irrsinnig gute Defense und stellt sich total gut ein auf die Gegner. Also ich habe das Gefühl, wenn man ein Tor gegen sie schießt, ein zweites Mal geht es vielleicht noch, beim dritten Mal ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Also sie lernt da, ist ein lernender Prozess im Match. So, die beiden haben jetzt auf 3-4 aufgeholt und ich glaube, der Druck steigt jetzt auch ein bisschen auf der Seite von Marina und Julia, weil ich denke, die wollen den Satz eigentlich nicht mehr hergeben. Es stand 4-2 oder 4-1, ich weiß gar nicht mehr. Timeout von Julia. Schau, ich glaube auch wieder, das ist nicht um die Gegner unter Druck zu setzen, sondern ich glaube, sie haben gerade ein bisschen den Druck, weil sie wollen diesen Satz jetzt gewinnen. Und deswegen nehmen sie sich gerade das Timeout, um zu besprechen, um runterzukommen und sich den Moment sozusagen zu nehmen. Würde sie es nehmen, um die anderen zu stressen, hätte sie es auf der 3 genommen. Aber sie hat den Ball auf der 5. Ich meine, ich persönlich muss schon dazu sagen, ich habe noch nie ein Timeout genommen, um die Gegner zu stressen. Da musst du nicht mal mit 90% anderen Männer unterhalten. Ja, ich bin da sehr weiblich unterwegs. Naja, was heißt weiblich? Es ist einfach ein anderer, ich habe das Gefühl, es ist ein anderer... Anderer Spielertyp? Nein, was heißt anderer Spielertyp? Parteidiger? Es ist einfach ein anderer Typ, Typ, ich weiß nicht, Spieltyp. Nicht Spielertyp, sondern Spieltyp. Ich habe tatsächlich auch schon mal, um unter Druck zu setzen, einen Timeout genommen. Aber ich würde sagen, 5% meiner Timouts in meinem Leben waren dafür und 95% waren für mich. Ja, ich muss dazu aber auch sagen... Oder für taktischen Wechsel. Ich selbst fühle mich auch nie gestresst von Timouts von Gegnern. Dementsprechend ist man da so fremd. Ich freue mich immer, ich denke mir geil, muss ich ganz nehmen. So, 4 zu 3 jetzt. Marina wieder am Ball. Sie hat ja in dem Satz schon einen Monsterübersteiger geschossen, ich glaube, das war in dem. Kann aber auch im vorherigen sein. Und jetzt fährt die Julia ein bisschen mehr mit, kommt mir vor. Oder vielleicht ist sie einfach den Rita auch. Versucht mehr Druck zu machen. Dieses TikTok ist echt sehr schick anzuschauen, wie Steffi Schmidt da im Chat sagt. Was passiert da eigentlich im Chat? Was sagt ihr, wer gewinnt? Wetten werden jetzt entgegengenommen. Um die Ehre. Um die Ehre, es gibt nichts anderes zu gewinnen. Beim Tischfußball gibt es nichts anderes zu gewinnen, als die Ehre. Nein, das ist ja gar nicht so richtig, Kameo. Ein bisschen übertreiben kann man. Nein, wir hatten da wirklich bei der ÖM mit Philoro einen Supergoldsponsor und haben da über 50.000 Euro ausgespielt. Also Gold im Wert von über 50.000 Euro erst vor kurzem. Richtig, richtig gut. Shoutout an der Stelle auch an Philoro. Vielen Dank. Schleichwerbung. War dein Spaß. Dieser Stream enthält Produktplatzierungen. Nein, die sind sogar unten eingeblendet. Man sieht auch DLProll, ihr Online-Lohnbüro. Auch einer der Sponsoren. Total mit dem Fokus auf den Nachwuchs. Aber jetzt schnell dieses TikTok von Julia. Also ganz ehrlich, die Karte klirrt da, also so, es ist für mich total beeindruckend als Verteidiger, wie die da diese Defense macht. Die Julia spielt da so vielseitig und sie hat da trotzdem den Read. Und jetzt auch die Marina von hinten, diesen Einser da jetzt ins Kurze, den sie da machen will. Jetzt die Passoption, wo sie da vorher den Brush ins Lange schon zweimal gespielt hat. Den Schliff richtig, richtig gut. Passversuch. Aber die Julia passt jetzt auch so gut aus auf die Pässe von Kathi. Lin hat auch kaum mehr Bälle. Uff. Der hätte nicht ganz so kommen sollen, glaube ich. Schöner Pass, aber der ist weg. Uh, ja. Als wenn sie den noch gecatcht hätte, da wäre ich wirklich beeindruckt gewesen. Ja, ich bin auch so beeindruckt, aber da wird mir trotzdem auffallen. Es ist dann auch hier wieder einfach die, die wahrscheinlich der Unterschied zwischen Leo und Galando, weil der Leo Ball ist auch ein bisschen größer. Am Leo Ball hätte sie ihn wahrscheinlich, am Leo hätte sie ihn wahrscheinlich noch gehabt, ja. Aber die Julia bekommt da noch ein Geschenk noch. Die Lin fährt vorbei. Ärgert sich da auch. Die hat so viel schon gewonnen und wieder hat sie gewinnen. Und da ist der Satz bald. Schauen wir uns eben hier an. Und was sagt denn jetzt der Chat? Ja, die Steffi wird jetzt vielleicht ihre Nachricht löschen. Sie hat gesagt, die Lin wird gewinnen. Nach dem Satz ändert sie da vielleicht ihre Meinung. Nein, sie sagt, also Steffi sagt, Kathi wird Julia demnächst tot halten. Und jemand fragt sich für einen Link auf COD. Ich glaube, Sie fragt sich für den Link der Tournament, den Fast Link. Wir werden es kurz verabschieden. Der Fast Link ist auf Instagram. Wenn Sie auf Tablet Soccer Austria gehen und Sie sehen, die Geschichte der Highlights, die erste Geschichte, die den Link hat. Und zurück zu Deutsch. Aber der Link folgt demnächst für Instagram. Genau, also Steffi belieft weiterhin in Lin. Die kriegt ihren Kopf gleich wieder klar. Und ein Spiel um Soft Skills. Und dass Lin die Soft Skills, also dass er jetzt quasi nicht Galando-mäßig, sozusagen irrsinnig gut dabei ist, zeigen die ganzen Titel, die sie da schon gewinnen konnte. Ja, im Moment steht es 1-1. Alles offen. Glaubst du, gibt es einen fünfter Satz? Also, ich glaube, die Zuschauer wünschen sich es auf jeden Fall. Jetzt gerade wurde unsere Kamera, ja, alles gut mit der Cam. Ja, da folgen schon die Ersten. Ja, Shoutout, thanks for following, danke für den Follow. Gerne auch auf YouTube abonnieren. Ihr findet es auch irrsinnig gute Matches, auch zum Nachschauen auf dem DFBÖ-Channel. Okay, Steffi hört sie besonders gerne. Bitte um Statement, Steffi. Wie ist das? Statements Rassen. So, Marina jetzt wieder. Also, ich bin total gespannt, ob sie sich jetzt irgendwie abgesprochen haben, ob vielleicht... Uh, das sind die Ill-Roller, die ich sehen will. Ein bisschen ein Glück gehört halt auch immer dazu. Ja, die kann man irgendwie als Pass abfangen und kommen auch gefährlich aufs Tor. Ich bin aber jetzt wirklich gespannt, vor allem, ob die Kati etwas ändert an ihrem Schuss- oder Passverhalten. Ob sie jetzt weniger Pässe hat und mehr Schüsse hat und jetzt steht die Julia auch ein bisschen anders. Mhm. Und das war auch schon der erste Schussversuch, aber Julia ist wirklich... Wahnsinn! Bombe! Der war so schnell, der ist nicht mal im Replay. Wer daheim vom Endgerät sitzt, bitte zurückspulen, Slowmotion. Ich entschuldige mich übrigens für Steffi. Anscheinend nicht Steffi Schmidt. Steffi, bist du übrigens ein R, dann tut mir das nochmal mehr leid. Oder ist es einfach Steffi für eine Dame? Sorry dafür. Schöner Passversuch von der Marina. Leider nicht angekommen. Und Kati jetzt mal Auflage auf der anderen Seite ist. Sonst hat sie bisher immer im Schub eigentlich den Ball aufgelegt, oder? Ja. In dem Spiel, meine ich. Ja, ja. Die meiste Zeit. Aber jetzt, man hat auch gesehen, eigentlich hat Julia sich da auch gleich den Ball erkämpfen können. Ja. Also, das ist jetzt schwierig im Kopf. Ja, und Lin kompromisslos. Schnelle, schnelle Execution. Schöner Pass. Sehr schön. Und jetzt wieder der Pin. Und wieder rechts lang. Obwohl die Marina da entgegen steht, muss man dazu sagen. Da und zack. Aber einfach ein Stück zu kurz gestanden. Deadman-Tormann. Aber jetzt der Ball ganz wichtig für die Julia. Da muss jetzt durchkommen. 2 zu 2. Das wäre jetzt eine Situation, wo Penny, glaube ich, ein Timeout nehmen würde. Und weil der Ball so signifikant ist. Und Lin mit dem Bantenbrush kann durchpassen. Unbehalten. Sehr wichtig. Wieder die Zugposition. Ich glaube, das war ein rechter Winkel, aber Julia ist auf Reaktion gefahren. Pass-Versuch. Also, die Pässe sind wirklich ein Wahnsinn. Also, wenn sich jemand überlegen soll, wie er auf Galando passen soll. Da gab es schon einiges an Kreativität von Marina, um sich inspirieren zu lassen. Und der Block. 3 zu 2. Kurzer Einwurf auch noch. Table 49, guys. We cannot see what's going on on table 49. We can only see table 1 and 2. And we will not switch for now. 3 zu 2. Jetzt wieder Katharina. Am Ball. Was macht Kati? Jetzt ist wieder total diese spannende Deckung. Also, dass das eigentlich klasse ist. Ah, aber jetzt war der aggressive Wechsel. Böse, böse, böse. Aber halt genau im richtigen Moment. Das muss man dann halt auch... Oh ja. Ja, wenn man da im falschen Moment wechselt, sieht man halt schon nicht so toll aus. Und schmuggelt sich den da nach vorne. Ich glaube, für Julia wäre es jetzt auch sehr wichtig, mal wieder ein Tor zu schießen, allein für ihre Konfidenz, weil Kati hält sie schon sehr gut. Der Block war wichtig und gut, aber ich glaube, es wäre bestimmt nicht von Nachteil, wenn sie auch mal wieder so ein richtiges, schönes Tor durchziehen könnte. Lin jetzt. Links ein Versuch. Julia, Marina passt so sehr auch auf den Geraden auf. Das ist Wahnsinn. Ja. Den will ich sie nicht geben. Aber Lin passt auch auf, muss man sagen. Ja. Also, ich weiß nicht, Wahnsinn, und da ist er. Also, der von unten, der schrägene, funktioniert heute bei ihr. Ja, schauen wir uns hin an. Das ist schon die dritte Variation von diesem Schuss. Aber ganz schön ins Lange, ganz zwischen die Figuren. Irrsinnig schön. 4 zu 2. Also, Trend jetzt auf jeden Fall auf der Seite von Julia und Marina. Oh. Ja, das ist der dritte Satz. Ja, 2 zu 1 jetzt. So sieht es aus. Es ist immer noch alles drin. Also. Ja, Steff, ich glaube, du bist noch immer nicht nervös. Ich glaube, du beliebst da weiterhin. Wie sieht es mit dem Rest aus? Hallo Johannes übrigens. Schön, dass ihr einschaltet. Johannes Rimmel oder wer? Ich glaube nicht. Johannes ist auf jeden Fall. Achso. Also, Steff sollte auch kommen, finde ich, um zu kommentieren. Die Einwürfe gefallen mir da sehr gut. Also, Galando-Schüsse sind verwirrend und schön gleichzeitig. Das ist mal eine Kombo. Da sieht man übrigens auch hinter Lynn im Bild ihren Partner, Tobi, Tobi Müller. Und Tobi ist wirklich auch Gamer. Recht apathisch. Er schaut aus wie eine Puppe gerade, oder? Ah, okay. Jetzt bewegt er sich. Ja, voll fokussiert, ja. Es ist auf jeden Fall so, Tobi hat auch eine irrsinnig gute Quote, was Bälle behalten angeht und auch blocken. Also, so wie die Lynn das macht und die Marina da blockt, was ich da heute vom Tobi auch schon gesehen habe, hat mich total überrascht, dass da diese Leo-Skills in die Richtung total gut übertragbar waren. Ist Tobi, ich habe ihn noch nicht in den Spielen gesehen, ist er Stürmer oder Verteidiger? Stürmer. Er hat heute mit Dominik Wodt gespielt im Classic-Doppel. Unter anderem gegen uns, ja. Also, ich habe darunter gelitten. Und er seinen Blocks. Aber wir haben im dritten Satz 8 zu 7 uns durchsetzen können. Wirklich? Gewonnen dann? Ja, genau. Also, es war ein Hin und Her. Wahnsinn. Also, es war 3 zu 3. Immer ein Hin und Her. Irrsinnig schönes Spiel. Tobi spielt auch Züge. Aber wie gesagt, das hat mich total beeindruckt, weil eigentlich ist es ja auf Leonhardt, kann die Außenfigur mehr ins Feld fahren als im Vergleich zum Galando. Und ich dachte eigentlich eher, dass da der Tobi zum Beispiel damit Probleme haben wird. Dass er da denkt, da kommt er ja doch noch hin bei so einem zentralen Schuss. Aber er hat das irrsinnig gut eingeschätzt und wann er mit welcher Figur deckt. Und ich sehe ehrlich gesagt genau dasselbe wie Berlin. Und die beiden trainieren ja auch wahnsinnig viel. Auch zum Beispiel Tornado hat ja auch die Lin Anfang dieses Jahres. Oder ich weiß nicht, war das in Kanada oder in den USA irgendein Turnier? Ein Open-It Einzel? Ja, ich glaube in London, kann das sein? Nein, es war Toronto. Wer spricht denn eigentlich ins Mikrofon? Also ich bin Dominik Wetter und neben mir? Camille und Mila Eichholz. Oder meinst du, man hört einen von uns nicht? Kann ja sein. Ja, übrigens auch noch Shoutout da an Roman Habitzl, der sich da um die wunderbaren Replays und die ganze Protaktion kümmert. Der Kneippe Drücker. Ja. Ui. So, weiter geht's. Vierter Satz. Im Viertelfinale Galando World Series Classic Woman Doubles und da fällt auch schon das erste Tor. 1 zu 0. Marina und Julia trennt jetzt vom Halbfinale, wenn es für sie läuft, noch vier Tore. Kathi und Lin müssten einen ganzen Satz und fünf Tore noch machen. Also, mal schauen. Und jetzt Julia, kommt wieder der Schräge von unten. Ja, er kommt. Vielleicht ist es zu laut. Der wäre ultra lang gewesen. Nein, nein, das hören die nicht. Wir haben da eine Trennwand übrigens zur Info. Aber ja, tatsächlich haben wir jetzt schon festgestellt, er kommt heute gut bei ihr. Zumindest gegen die Kati. Ja, der war auch Wahnsinn, ja. Und jetzt genau wie der passt. Guter Zug. Übrigens, ja, nice to meet you, too. Steff, wirklich schön, dass ihr da einschaltet und auch die Lin und auch die ganzen tollen Matches verfolgt. Okay, wow, das war, glaube ich, der erste Schuss von der Kati, den ich heute gesehen habe. Also, in dem Match. War auch schön aufs Tor. War das ein Pin? Es war ein Pin-Shot, ja, genau. Irrsinnig gefährlich. Ich bin gerade durch die Mitte durch. Muss man auch mal riskieren. Muss man auch mal einstreuen, oder? Ja, ja. Es ist natürlich mehr Leo, oder? Es kann ja sein, dass alle schlafen hinten. Aber nicht die Marina. Eugen Knecht, vielen, vielen Dank. In Las Vegas hat Lin gewonnen im Einzelnen. Ah, ja. Hall of Fame war das dann. Irrsinnig beeindruckend. Gewonnen hat sie es. Als Einzeldort, ja. In Las Vegas. Ich habe es noch mitbekommen, dass sie sehr weit gekommen ist. Das hat sie nämlich gepostet. Ich habe ihr noch gratuliert. Also, viel Glück gewünscht. Und sie hat nämlich geschrieben, dass sie schon recht weit gekommen ist und dass es ins Halbfinale oder Finale oder irgendwie sowas am nächsten Tag geht. Aber dass sie es wirklich gewonnen hat, wow. Ganz toll. Ja, nein, nein, es war, was ich auch mitbekomme, viele starke Gegner. Ja, irrsinnig. Und es war auch, glaube ich, eine Premiere, dass eine Dame das gewonnen hat. Also, das spricht dann auch total für Lin. Da kommt da einfach mal so eine Leo-Spielerin aus Deutschland und schießt da Herren und Damen gleichermaßen und was auch immer vom Tisch und setzt sie da durch. Also, die mentale Stärke von Lin ist einfach ein Wahnsinn. Und das ist genau auch das, was sie vielleicht benötigt, um da das Comeback zu starten. Nach 1 zu 0 auf 2 zu 1. Und da... Total gefinkelter Schuss. Entschuldigung, was? Total gefinkelter Schuss. Und da jetzt, schauen wir uns das schnell an. Aber was bei der Lin tatsächlich ist, es ist nicht nur die mentale Stärke, sondern es ist halt auch einfach für Lin, also sie trainiert, ich weiß nicht, wie viel sie tatsächlich trainiert, aber ich würde fast behaupten, mehr als viele andere, mehr als die meisten wahrscheinlich. Und das sieht man halt auch einfach, dass wenn man talentiert ist und auch noch viel trainiert, dann ist man... dann kommt man einfach weit. Und dann... das ist halt der Unterschied. Manche sind einfach nur talentiert, spielen aber nicht viel, trainieren nicht viel. Andere sind vielleicht ein bisschen weniger talentiert, machen das mit dem Training wieder weg. Aber wenn man dann auch noch talentiert ist und viel trainiert und im Kopf da ist, dann glaube ich, ist das, was einfach dann die Spreu vom Weizen brennt. Oh, schön, 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 ja. Nein, das sehe ich auch so, Lin ist einfach das Full Package. Vielleicht, da gibt es auch schon Heiratsanträge für die zwei von Marina. Ja, da schließe ich mich auch an. Also jetzt gerade läuft es wirklich wieder sehr gut für Julia und Marina und ich glaube, sie können das Halbfinale schon, die Halbfinall-Luft schon schnuppern. Jetzt ist bestimmt auch wieder die Confidence da. Jetzt gibt es einfach eigentlich nur noch eine Sache, nämlich zwei Tore machen für die beiden. 3 zu 0. Das ist auf jeden Fall ein Trend, den ich auch nicht erwartet hätte, da jetzt beeindrucken. Und der Stil wäre wichtig gewesen. Ja, der wäre wichtig gewesen. Kati kommt jetzt gerade auch nicht mehr so gut durch. Vermutlich auch ein bisschen gedrückt durch den Druck der Situation quasi. Da kann man dann einfach nicht mehr so locker spielen, wenn man halt weiß, es wird jetzt dann langsam eng. Lin wartet auf Pass auf Bande. Ist ganz viel offen eigentlich, ob das nicht gelockt wird, nein. Und jetzt Marina hat schon einiges gezeigt in diesem Match. Ah, den hätte sie sich ercatchen müssen natürlich, ja. Mal schauen. Dann haben noch beide Timeouts. Mal schauen, ob da jetzt... Uff, der war gefährlich, ja. Aber Lin kann sich im Moment auch nicht mehr so gut die Bälle catchen, wie sie es davor gemacht hat. Vielleicht auch hier. Vielleicht der Druck, man weiß es nicht. Wenn man dann nur ein bisschen verkrampfter die Griffe hält, uff, der war schön rausgezogen. Wenn man beim Galando so noch ein bisschen verkrampfter die Griffe hält, weil man vielleicht ein bisschen angespannt ist, geht es dann schon nicht mehr so locker mit dem Pässe fangen. Also das ist tatsächlich einfach... Das ist dann tatsächlich dieser kleine feiner Unterschied zum Leo. Man darf beim Galando nicht zu fest die Griffe halten. Interessant, ja. Jetzt Lin auf der Fünf. Sie hat bisher sehr gute Bantenbrush eigentlich Pässe gezeigt, die sie auch gecatcht hat. Oh ja, da ist er. Interessant auch, wie Lin den Griff hält beim Pinnen, nämlich von unten. Das ist eher bei Bonzini spielender. Macht sie das beim Leo auch? Weiß ich gar nicht. Am Leo snackt sie, es gibt relativ wenig Klassikbewerbe auf Leo, deshalb kann ich das nicht sagen, aber im Chat Steff wird das vielleicht für uns beantworten können. Weil eben, genau, also dieses von unten den Griff halten beim Pinnen ist eher so eine Bonzini-Methode. Definitiv, mit vorher Abwischen der Hände. Das gehört zum Schuss dazu. Stimmt, ich habe vorhin gegen zwei Franzosen gespielt, die haben so oft ihre Hände abgewischt, dass ich dann irgendwann echt schon sagen wollte, hey, ich glaube, jedes Mal ist es ein Timer und will mich schon entspannen und dann schießt sie plötzlich. Ja, nein, nein, aber es ist regelkonform, also die wissen schon, was sie tun. Und wieder ein Steal. Katja sieht alles. Er hat es schon oft angeklopft, also rausreißen tut sie wirklich gut oder so im letzten Moment noch catchen. Lynn hat schon richtige Schussis, die will den Ball, man sieht es richtig oft. Und da kommt der Superpass mit ein bisschen Effet. Viel Grad offen. Marina lockt da, glaube ich, oder ist einfach wirklich, also versucht da, glaube ich, bei Schussansatz einen Guess zu machen und zu raten. Und das Timeout. Und da kommt das Timeout. Übrigens ganz kurze Durchsage, auch weil vorher gefragt wurde, ob Marvin und Jörg gezeigt werden. Also sie sind da eigentlich direkt neben uns und spielen sich gerade warm. Ich kann mir vorstellen, dass sie als nächstes in der Final-Arena zu sehen sind. Oder sie warten auf den Gegner. Und auf jeden Fall dann schöne Grüße nach Malmö, Maximilian. Jetzt gibt es vielleicht noch kurz Worte, nein, maximal einen Blick von Tobi. Lynn weiß, was zu tun ist. 3 zu 0. So, ich bin zurück. Marvin und Jörg spielen hier gleich nebenan. Nicht auf Tisch 1, aber sind auch im Viertelfinale. Ja, wenn sie gewinnen, haben sie gute Chancen, am Stream zu sehen, zu sein. Anzahnen die Burschen. So. Marina jetzt wieder. Ball abgenommen von Lynn. Hat aber jetzt sehr gut gehalten, die Marina die Läden. Also mal schauen, ob sie auch den hier halten kann. Ich habe das Gefühl, sie deckt jetzt ein bisschen anders oder billigst du mir ein? Ja, ja, nein, sie deckt anders. Und funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ja, also die Ecke hat die Julia jetzt für sich entdeckt. Glaubst du, der war absichtlich schlägt? Nein, den hat sie eigentlich schon 3, 4 Mal auch so... Uh, da ist... Da kommt jetzt mal ein Schuss von hinten, ein saftiger. Und jetzt sehen wir gleich, ist der in der Deckung, wäre der... Ah, sie ist gefahren mit der 5 jetzt. Sie hat die Deckung verhindert. Eigentlich wäre er genau auf die Figur gegangen. Interessant. Also die Julia hat wirklich auch diesen ins Kurze schon ein paar Mal geschossen. Ich glaube, dass sie den eigentlich machen wollte. Jetzt bin ich gespannt, ob sie nochmal versucht zu schießen. Weil eigentlich ist das wieder ihre Passposition. Ja, genau. Von der sie immer diesen Pass spielt. Weil wie weit will sie da noch schieben? Äh, geht schon noch, aber... Da kommt ein Fall Call. Wer hat angeschlagen? Marina sagt nein. Das wäre jetzt wieder auch die Situation, wo ich den Stream auch anbieten würde. Im Zweifel, falls die Diskussion länger geht. Aber ich glaube, sie können sich einigen, auch ohne Stream. Also ich habe jetzt auch nichts Gravierendes gesehen, aber ich meine, ich stehe auch nicht am Tisch. Wir sind weit weg. Und dieses Puffgeräusch hören wir halt auch im Zweifel nicht. Ja. Es wäre die Frage, ob wir das Ihnen vielleicht anbieten, ob Sie es am Stream sehen wollen. Einen Schiedsrichter für eine Situation, die schon passiert ist, zu holen, ist halt ganz schwierig. Im Normalfall geht es dann weiter, wo er ist. Aber wir können auch die Chance kurz nutzen, wie es denn sonst im Turnier gerade ausschaut. Bleiben wir mal bei den Damen. Das zweite Halbfinale, also ein Halbfinale wird bereits gespielt. Atanasova und Hoffmann, also Blago Vesta ehemals, spielt da gegen Kubiatovic, Cindy und Char-Sophie. Und im Viertelfinale hier, der Sieger trifft auf Scheuer, Karin und Mossa Melissa. Also wenn die Österreicher das gewinnen, wird das ein Hotshots-Dobby. Das ist sicher eine spannende Partie. Dann Classic Open Doubles. Schau mal, oder geht das Spiel weiter? Nein. Also mit Classic Open Doubles ist es nun so, die Viertelfinale. Oh, da ist ein Ast noch ganz hinten. Aber das Spiel geht weiter. Sie haben sich auf den Kompromiss geeinigt, auf der Fünf. Genau, sie haben sich geeinigt. Genau, ihn nicht auf der Fünf von der Julia zu lassen, aber auch nicht auf die Drei von Lynn zu geben, sondern Kompromisslösung Fünf von Lynn. Irrsinnig schön gewandert, hat sie eigentlich auch das erste Mal im Match gemacht und dann relativ zentral abgeschlossen. Ja, und Marina hat da auf den Langen gewartet. Deswegen hat sie auf den Torwart kaum aus der Ecke raus bewegt. Und das war dann wahrscheinlich, vielleicht hat die Lynn darauf spekuliert, weil, wie du vorhin gesagt hast, sie hat fast nur lange geschossen bisher. Ist wahrscheinlich auch der Marina aufgefallen. Und genau in so einem Moment schießt sie dann eben nicht lang. Ja, genau, ja. Und Wahnsinn, da ist es. Das war wichtig für die Julia. Er hat jetzt ein paar Mal schon nicht verwerten können, weil die Karte einfach zu gut gehalten hat. Und jetzt schauen wir uns sie nochmal an. Wie ist der... Oh, ganz, ganz kurz. Ein Edelkurs. Also wirklich halbe Ballbreite. Und wichtig ist natürlich auch, dass man sich gewisse Dinge aufbaut und so plötzlich auch klingt, gewisse Schüsse aufhebt bis zum Schluss. Weil man kann nicht alle seine guten Karten von Anfang an verbrauchen, sondern für brenzlige Situationen braucht man dann eben etwas, das man dann machen kann, was man vielleicht noch nicht vorher gemacht hat. Oh, war der wieder kurz? Und jetzt mit beiden Händen die Verteidigung von Julia. Aber das ist für die Bande. Es ist ganz viel Bande. Ah, was er... Ja, macht er nicht, ne? Lauter schöne Dinge passieren, ob Galando steht. Lauter schöne Dinge. Nächstes Jahr muss dabei sein. Oh. Und jetzt? Kommt ein Timer oder kommt kein Timer? Ja. Schau, das ist dann doch die einzige Situation, aber tatsächlich glaube ich nicht nur für die Gegnerinnen. Also das mag ich jetzt auch zu bezweifeln, dass das Timer jetzt nur für die Gegnerinnen kommt, glaube ich nicht. Das ist ein bisschen ein Mittelding, aber wahrscheinlich auch, weil sie weiß, das ist ein wichtiger Ball. Das ist jetzt der Ball, der sie vom Viertelfinale trennt. Genau, Halbfinale-Entzug ist das, oder? Ja, vom Halbfinale, Entschuldigung, ja. Und jetzt kommt noch die Frage, also ich glaube es ja nicht, aber es ist noch immer die Möglichkeit offen, tauschen sie jetzt. Die Marina, das erste Mal, ich meine, das muss man sich trauen, ja. Das wäre, nein, machen sie nicht. Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Aber es wäre natürlich schon eine Möglichkeit auch gewesen. Das war auch das, was ich vorhin gesagt habe, bis zum Schluss etwas aufheben, das man dann vielleicht nur in dem Moment macht. Und jetzt wieder zum Zug die Auflage. Und da ist der Dumme. Was für ein Abschluss, Julia. Was für ein schöner Schluss. Julia, ein Fehler. Wichtig. Und im Hintergrund sieht man da auch schon Melissa. Ganz stolz. Schau dir diesen stolzen Grinser an. Ja, aber sie weiß schon, ich glaube, das ist auch ein Killerblick, weil das ist ihr nächster Gegner. Ach so, ist das so. Die spielen dann gegeneinander, ja. Der Blick des Todes, ja. Nein. Hotschutz freut sich auf jeden Fall, dass mindestens ein Team ins Finale einzieht von Ihnen. Da wird auch noch gratuliert. Und wir haben uns jetzt nochmal den Metzball angeschaut. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Bitte nochmals einblenden, diesen wunderschönen österreichischen Abschluss mit einem Dummen. Und ich möchte liebe Grüße an Steff richten. Es war dann doch, ich sage jetzt nicht eindeutig, aber es war dann doch 3 zu 1. Dafür, dass er gesagt hat, Lin gewinnt ganz, ganz sicher. Ja, genau, das ist eine Dame übrigens, die Steff. Ach so, doch? Ja, der Steff, okay. Na gut, hat sich hiermit geirrt, we proved you wrong, oder they proved you wrong. War ein spannendes Spiel. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ja. Ich verabschiede mich jetzt hiermit. Genau, wir melden uns in Kürze wieder zurück und blenden ein, was das nächste Spiel sein wird. Also, die deutschen Spieler sind bisher auch sehr erfolgreich, würde ich sagen. Also, auf jeden Fall, die, die dafür dran sind, ihr werdet sie auf jeden Fall noch bewundern können. Bis bald. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Jetzt bin ich da. Ich bin nicht da. Bist du, hast du da. Bist du, hast du da. Vielen Dank. 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 ... 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 Der war ein Bilderbuch, der war ein Bilderbuch. Uh, da steht er ihn fast. Und der Pass ist ganz viel offen eigentlich. Uh, rechter Winkel, oder? Ja, aber klopft ab. Ich glaube, da war Semin wahrscheinlich noch so ein bisschen dran. Wobei, macht das Tor jetzt nicht unschöner, finde ich. Nein, der war super, ich weiß auch nicht. Oh, Adam vergibt jetzt seine Chancen. Boah, schön wieder standhaft geblieben. Ja, und die kennen wir schon von Adam. Die kennen wir schon und genau die waren es auch im Spiel zuvor, die sie zurück ins Match gebracht haben. Gegen Gabor, oder meinst du, dass sie es haben? Nein, nochmal davor. Warte, sind die das dritte Mal schon im Stream? Nein, nein, Gabor war nicht im Stream zu sehen. Nicht, äh, genau, also Adam und Flo, ach, egal. Du weißt, du weißt, was ich meine. Ja, genau, so haben sie sich zurückgekämpft ins Spiel. Zwei zu zwei. So, was denkst du? Wird es ein 3-0 oder bäumen sich Adam und Florian nochmal auf? Was sagt der Chat? Was denkt ihr? Also ich bin ja ein Beliefer für Adam und Flo. Vor allem, wenn er mehr aus dem Spiel kommt. Das Problem ist, Semin kontrolliert die Bälle, die bei ihm vorbeikommen, so gut. Es ist kein, dieses schnelle Spiel gar nicht. Oder doch. Genau das, ja. Genau das meine ich, aus dem Spiel heraus, die gefährlichen von der 5, von Adam. Also ich sage, der Satz gehört den beiden Jungs als Wahl. Und dann werden wir uns das Training anschauen von Semin. Oh yeah, bitte. Fynn-Qualität, wenn es drauf ankommt, geht er selbst mutig aufs Tor. Also richtig schön, der systemische Ansatz am Spiel zu erkennen. Ihr widersprecht mir, wenn ihr es anders seht. Aber dieser Aufbau auf diesem einen Pass und dann immer wieder zu ausgewählten Momenten knallt es Richtung Tor. Schon stark die Kontrolle, die die beiden ausüben. Und boah, fast der nächste Stil. Jawohl, gute Entscheidung finde ich von Adam, da das Timeout zu nehmen. Ja, ja. Weil der ist brutal wichtig. Nimmt das Geschenk an. Und jetzt ist wirklich die Frage 3 zu 3. Der Ball ist so maßgeblich für das Spiel, ob Florian vorgeht oder nicht. Tim, Semin und Fynn gehen 3 zu 0 raus. Ja, was soll er anders sagen? Der kennt die beiden wie seine Westentasche, der Tim. Und Max, also Moin erstmal zurück. Max Tölke aus Oldenburg, selbst Top-Spieler. Wo seid ihr denn eigentlich, Tim und Max? Und Semin mal wieder mit Zugschuss zu sehen, ist ganz fein. Ja, gehe ich mit. Das ist schon das Schöne am Classic. Und schon am Galando, da sieht man schon viele Variationen außerhalb des Snakes. Und das hat was. Ja, ganz, ganz viel. So. Adam. Hält er Stand. Finn ist da. Ist eine gute Defensiv-Performance von Finn, ja, wie du versprochen hast. Und wieder. Ich glaube, das ist der vierte oder fünfte Ball. Und immer gleich, immer wenn er den Ball abgibt, kassiert er dann den geraden. Und sowas weiß Finn einfach, sowas liebt er praktisch. Wenn er weiß, okay, ich mache es nochmal und ich mache es nochmal. Weil ich merke, du bekommst es gerade nicht raus. Und jetzt wieder aus dem gefährlichen Fünfer-Schuss von Adam auf die drei bekommen. Kann aber wieder nicht verwerten mit dem geraden. Also der muss entweder so schräg kommen oder ich weiß nicht, links lang. Probieren wir den. Boah, war der geplant so. Ich bin sicher. Also schieben und dann, also das wäre irre. Ich glaube nicht. Boah. Uh, schickes Pässchen. Schick. Von dem Fehler von Semin, der eigentlich total ungewohnt. Er will ihn einfach machen, den geraden. Aber Finn gibt ihm den nicht. Wieder. Das sind lauter so Sachen. Job für Finn erledigt. Ball ist auf der Fünf bei Semin. Alles gut gemacht. Oh yeah. Hey Baby. Oh yeah. So. Schauen wir uns das schnell an. Einer noch. Aus der Kombination. Bäm. Schnell genug vorbei. Einer fehlt noch. Den beiden Boys im Linz-Trikot. Nö. So weit kommt es nicht. 3 zu 0, wie Tim im Chat gesagt hat. Deutliche und bockstarke Vorstellung. Finn Meier und Semin Mensa marschieren ziemlich souverän ins Halbfinale. Und ich würde mich freuen die beiden wieder zu sehen. Weil ich bin Fanboy. Ja. Ich bin gespannt. So jetzt geht dann gegen so Burmettlers oder oder. Wobei ich weiß gar nicht wer noch drin ist. Also wir können uns das auch kurz anschauen. Wir werfen einen Blick ins Classic Open Double. Und zwar sieht der Gegner steht noch nicht fest. Aber vielleicht gegen Harms Velasco wäre natürlich absolut geil. Ja Wahnsinn. Oder Zimmermann auch. Also die Schweizer Connection. Ja. Auf alle Fälle schöne Spiele. Also ihr seht den Baum nicht. Gian Ahn, Pascal Salzgeber gegen Stefan Burmettler und Wolfgang Breuer. Dann Zimmermann und Kara Zor. Stimmt das? Da kenne ich den Namen nicht genau. Schweizer Combo. Und Jörg Harms, Marvin Velasco. Und Zimmermann oder Harms Velasco treffen auf Semin Mensa oder Finn Meier. So. Ich muss jetzt kurz spielen gehen. Und freue mich wenn ich euch später wieder begrüßen darf. Ja viel Erfolg Bruno. Grazie. Bis später Leute. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Yeah. Und so, jetzt ist, Das ist schon längere Unterbrechung, eventuell wird hier auf einen Schiedsrichter gewartet. Oder es gibt hier ein kleines medizinisches Timeout, was natürlich auch sein kann. Semin Mensah massiert sich hier die Hand, wir werden das genau beobachten. Gibt es die Möglichkeit eines medizinischen Timeouts, eventuell hat er das gezogen. So, es dürfte wieder weitergehen? Und der Ball wird wieder ins Spiel gebracht. Vielen Dank. 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 ... 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 ...... 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 ... ... ...... ... ... ...... ... ... ... ...... ...... ...... ... ... ... ...... Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ...... 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 ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ............ ......... ......... ......... ......... ...... ......... ...... ......... ......... ......... ...... werden jetzt in dem nächsten Satz und da jetzt alles reinhauen, Debesocker Dortmund, man sieht es, die Jungs aus Dortmund werden hier natürlich versuchen, die Schweizer Senioren nochmals ein bisschen anzuknacken, damit sie dann mal die Partie zurückkommen können. Hier wird ja auch der Classic gespielt, das heißt die Auflage nach dem Tor ist immer hinten. In der Verteidigung, das macht den Bewerb zu einem sehr verteidigerlastigen oder eher verteidigerlastigen Bewerb, da der Stürmer sich den Ball catchen muss, also fangen muss und nicht in die Auflage zu kommen. Man lässt sich da lange Zeit und verliert dann den Ball leider auf der 3. sehr schöner Pass. Ja, er wandert da auch auf und ab. Geht glücklich hinein, entschuldigt sich hier. Das wäre schon gleich gewesen, der erste Treffer der Deutschen hier in dem Finale. Classic Doppelsenior, Classic Doppelfinale. Sie gehen jetzt noch ein bisschen vorsichtiger ran, lassen sich mehr Zeit, schauen genau. Ja, das ist ein Passversuch, aber nicht durchgekommen. Was ist das jetzt gewesen? Eine Faulreklamation, darum hat er nicht reagiert. Und jetzt die Chance. Hier auf den ersten Treffer im Finale. Können Sie jetzt anschreiben und sich ins Spiel rein spielen? Zuerst einmal in den Satz rein spielen und dann in das Spiel rein spielen. Und auf der 3, ein Hammerpin-Shot. Schön, aber nicht viel Platz. Den schauen wir sich nochmal an. Ganz lang. Ja, gerade eine Ballbreite, Platz. Das war jetzt einmal da. Mit dem kann man sich reinschießen in die Partie. Also der Kollege auf der 3 braucht definitiv mehr Bälle. Dann könnt ihr hier schebern. Oh, Zuckerpass von Roland Priesi auf die 3 von den Schweizern. Und schnell verwertet, 2 zu 1. Der Spielstil des deutschen Teams ist vom sogenannten Sockerspielen. Man nennt das so, wenn man den Ball meist klemmt. Und wird auf Galando eigentlich nicht so oft gespielt. Und die Schweizer spielen eher wie, also ja, sind halt Galando-Spieler. Die klemmen normalerweise nicht so viel. Aber auch der Roland Priesi macht das scheinbar hier so. Dass er den Ball in der Verteidigung vorne klemmt und daraus dann schießt oder passt. Ja, jetzt schnell abgedrückt. Aber nicht erfolgreich. Hast du gesehen, wie er seinen Tisch bewegt hat? Ja, da geht es halt schon ziemlich hitzig zu. Ist ja das Finale schließlich. Da wird mit voller Power gespielt. So, jetzt die nächste Chance zum zweiten Treffer. Kommt da jetzt wieder ein Hammer-Pinshot auf der 3. War wieder rechts lang, aber jetzt ist er gestandener Roland Priesi. Wieder ein Passversuch. Es spielt ja sehr taktisch. Das Team aus der Schweiz. Dürft auch gut zusammengespielt sein. Ich spiele ein tolles Tischfußball, muss man ehrlich sagen. Ja, für alle Zuschauer, die vorher die Eröffnungszeremonie nebenbei mitverfolgt haben. Die ersten Begegnungen starten jetzt schon im Nations Cup. Und es wird heute noch sehr spannend. Und wieder ein Hammer-Pinshot. Wenn ihr euch auf einen tollen Tischfußballabend freuen. Andi, schaut einmal an, wie der die Kugel rein hat. Zack, aber wieder fast kein Platz. Der war richtig schön lang. Also man kann sich vorstellen, wie der auf dem Leon hat liefert. Wenn er sich da mehr Bälle durchspielen kann. Ja, die Deutschen sind ja die erfolgreichste Nation bei der letzten Weltmeisterschaft. Natürlich. Topspieler in jeder Kategorie, in jeder Altersklasse. Das sieht man. Ja, diesmal auch ein Pass auf eine deutschen Mannschaft, der holprig aber doch angekommen ist. Jetzt schauen wir mal, können sie ihn verwerten. Und jetzt? Ja, wieder lang drüber. Nein, der war jetzt kurz. Also der war kurz. Nein, nein, der war lang drüber. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, der war lang drüber. Aber er war nicht so lange wie der letzte. Aber gut, und wenn jetzt dann noch die Option kommt, dass er einmal durchkurbelt oder so, dann ist er einmal dick drin im Kopf vom Roland Brizzi. Und dann ist die Option sehr offen. Und dann muss man sagen... Boah, aber der legt gleich nach von hinten. Das war... Okay. Aber sie waren jetzt das erste Mal vorne, die Deutschen, in dem Satz. Aber gleich gekontert von den Schweizern. Gleich wieder ausgeglichen. Das ist cool. Und jetzt die Chance zum 4-3 für die Führung der Schweizer. Er verliert den Ball auf die Stürmerei des Gegners. Das ist natürlich sehr bitter. Und jetzt! Nächste Chance! Ja, wir probieren wieder lang. Aber diesmal... Immer lang kann natürlich auch nicht gehen. Und da Roland Brizzi wieder aus dem geklemmten. Ich glaube Backpin war das. Ach, zu spät. Haben wir nicht gesehen. Und da war... Es war die Chance da, für die Deutschen hier in Führung zu gehen. Aber jetzt führen die Schweizer und drücken aufs 2-0 hier im Finale. Der Klassik-Senior-Doppelfinale. Uh, hammerhart! Climb out! Ja, ich glaube das war ein wichtiges Timeout. Oder wieder ist ein wichtiges, richtiges Timeout. Weil jetzt müssen sie noch alle Kraft zusammenfassen, um den Satz vielleicht noch zu gewinnen. Weil wenn wir einen 2-0 Rückstand entsetzen, ist dann schon sehr schwer aufzuhören. Aber es ist... Wundert mich. Es ist noch kein, glaube ich, das erste Timeout oder so. Wir sind hier zehn Jahre im Klassik-Finale. Es ist bombenheiß in der Halle. Wurde man sagen. Und die Senioren spielen hier super Tischfußball. Und weiter geht's. Wir sind wieder gut verteidigt. Ich muss sagen, eigentlich sehr interessant, sehr ähnlicher Spielstil auf beiden Seiten. Also beide mit dem Pin. Klar, Snake oder Jet darf man ja nicht schießen im Classic. Also man darf keine Schüsse mit 360 Grad Umdrehung machen. Aber kein Oldschool von den Oldies, könnte man sagen. Kein Oldschool von den Oldies. Aber alle pinnen, ja. Keine Züge, wie es oft der Fall ist im Classic. Und sehr schön variiert mit dem Pass. So, jetzt die Chance zum 2-0. Hier im Klassik-Doppelfinale der Senioren. Ja, diesmal gehalten. Schon ziemlich arg angerissen jetzt. Hat die schon ein bisschen gewackelt. Sieht man, wie viel Power da dahinter ist hinter seinem Schuss. Oh, ist er gestanden, aber wieder rechts. Lang abgezogen. Schau mal, kommt er mal weg. Na, 3-3 auf die Figur und dann fällt er hinein. Bisschen unglücklich für das Schweizer Team. Jetzt 4-4, Satzballsituation für beide Teams. So, wieder ein Change bei den Schweizer. Okay. So, wird er wieder schnell abschließen, der Roland? So, wird er wieder schnell abschließen, der Roland? Stefan Frieden fährt hier leider knapp am Ball vorbei. Boah! Und das war... Im wichtigen Moment, das 1-1, ganz wichtig, abgewehrt, dass die Schweizer aufs 2-0 gespielt haben. Und haben hier das wichtige 1-1 in Sätze gemacht. Ja, nach dem 0-5 im ersten Satz war das eben ganz wichtig, um zu zeigen, dass man da ebenbürtig ist. Ja, wir können uns auf ein langes Match freuen, würde ich sagen. Ja. Ja. Es sind noch nicht alle Spieler bereit. Vielleicht schauen wir kurz auf die Kamera. Tisch Nummer 2. Wie dort noch der Senioren? Spiel am Platz 3 gespielt. Zwischen dem Team aus Frankreich auf der linken Seite und dem österreichischen Team TK Benz auf der rechten Seite. Mich interessiert, wie es hier steht, aber man kann es leider hier auch nicht genau erkennen. Na gut, wir widmen uns wieder dem Finale. Es sollte in Kürze mit Satz 3 weitergehen. Bei euch geht es um Gold, bei uns auch. Filoro wünscht viel Erfolg im Finale. So, es geht gleich weiter. Im Hintergrund hören wir schon die Nationalteams der Damen, waren das gerade, mit ihrem Kampfschrei, weil es ihrem nächstes Bewerb schon zur Sache geht ein bisschen. Und ich habe festgestellt, dass die Herren-Nationalmannschaft der Österreicher den Billachtaler Schlachtruf übernommen hat. Das habe ich durch die ganze Halle gehört. Die spielen, glaube ich, Österreich gegen Bulgarien, sehe ich bei den Herren. Ja, wir werden euch dann nachher noch ganz viel berichten, denke ich. Und die spannenden Finalspiele werden ja erst Samstag, glaube ich, oder Sonntag? Samstagabend, ja. Samstagabend, meines Wissens. Jetzt sind die ersten Runden, aber es ist K.O. Modus. Es geht auch bei den Nationaltipps schon um alles. Aber jetzt volle Konzentration weiterhin auf das Senior-Klassik-Doppelfinale. Und kommen die da eben nach dem 5 zu 0 zurück, spielen sich da in die Partie, wehren den Druck der Schweizer ab und es steht 1 zu 1. jetzt. Und vielleicht drücken die jetzt sogar auf die Führung. in den letzten Runden. Ja, ich muss sagen, die können schon recht gut spielen, sonst wären sie nicht im Finale. Und die Gegner, die sie gewonnen haben, die sind auch keine einfachen gewesen in den letzten Runden. Ja, sehr stark. Schnell. Zu schnell für den Verteidiger aus der Schweiz. Ich muss sagen, es ist eine beachtliche Leistung, vor allem für die Senioren. Vor allem für die, die schon älter im Semester sind, dann den ganzen Tag zu spielen in der Hitze und dann auch seine Leistung abliefern zu können. Ich wäre sehr froh, wenn ich in dem Alter noch so viel Energie hätte oder habe, hoffentlich. Diesmal ein bisschen kürzer abgedrückt zwischen den Figuren, sehr schön getroffen. Zum 2 zu 0 für das Team aus Deutschland. Wieder sehr gefährlich. Der Schräge von Roland Brizzi aus der Verteidigung. Diesmal von der anderen Seite. Aber diesmal ohne Torerfolg. Oh ja, jeder passiert einen Ballverlust. beim Blinderschweizer. Jetzt müssen sie aufpassen, dass sie nicht zu weit im Rückstand in dem Satz geraten. Jetzt wieder die Chance zu 1 zu 2. Aber gut verteidigt. Ich bin erschrocken, die Wandwerf als umgefallen. Tut mir leid, wenn ich euch auch erschreckt habe. Alles gut. 2 zu 0 im dritten Satz für das Team aus Deutschland. Weiterhin. Jetzt ein sehr langer Ballwechsel. Ohne Torerfolg. Die Passversuche vom deutschen Team von der Verteidigung in den Sturm sind jetzt alle gescheitert, die letzten drei. Aber auch die Torschüsse der Schweizer waren nicht erfolgreich. Die Teams haben sich jetzt schon ein bisschen aufeinander eingestellt. Jetzt wird es schon schwieriger zu scoren und man muss noch ein bisschen mehr variieren. Alle sind auf jeden Fall spätestens jetzt im Spiel angekommen. Man muss ganz genau schauen bei jedem Ball, wie die Gegner sich bewegen. Es ist jetzt ein sehr strategisches Spiel geworden. Und dann war er der Schuss. Diesmal ist der Pass angekommen im Sturm. Boah, der war schön. Der war ganz kurz. So kurz gerade. Ganz kurz. War aber wichtig für das Spiel. Der ist jetzt mega drin mit seinem Pin. Ja, ist richtig. Das ist die 3-0-Führung. Jetzt ist er mega drin. Also die sind jetzt noch schwer zu biegen. Der Lauf hat sich da gewendet. Die haben die Energie da in dem Match umgewandelt. Und sind da jetzt total am Drück auf das 2-1? Ja, die sind jetzt an der Partie angekommen. Die haben sich jetzt an den Tisch gewöhnt und an das Spielen und an die Gegner. Und jetzt können sie ihre Stärken ausspielen. Jetzt muss das Schweizer Team das Momentum wieder für sich gewinnen und da ordentlich Gas geben. Sich was überlegen. Jetzt Glücklich zum Ball gekommen in den Sturm. Das sind halt so kleine technische Fehler. Was eben typisch Galando ist dann in diesem Moment als Leonhard-Spieler. Und gut gehalten, wichtig. Lasst die Burschen da nicht mehr ins Spiel zurück? Ja, der Verteidiger, der aus Deutschland, der ist wirklich sehr stark. Also der hat es, glaube ich, 7 in Folge gehalten oder mehr. So, jetzt wieder Time-Out nehmen wahrscheinlich? Ja, Time-Out! Ja, super, super ins Spiel gefunden. Jetzt das Team aus Dortmund, glaube ich, sind die Herrschaften. Ja, steht am Trikot auch drauf. Und jetzt schon die Möglichkeit zum 4 zu 0. Und dort 4 zu 0 und jetzt die Chance, dass sie dem 0 eine Redour geben. Schauen wir uns das hier noch einmal an. Zack! Sehr gut. Ja. Ich glaube, nach links hat er noch gar keinen gepinnt, oder? Nein, nur dieser eine. Nur dieser gerade rein. Mehr oder weniger rundherum fahren und gerade schießen. Mehr oder weniger. Sonst nur rechts. Aber auch gut variiert. Einmal ein bisschen kürzer, einmal ein bisschen länger. So, und jetzt die Chance hier auf einen Ehrentreffer. Ja, ist drinnen. Da ist er drinnen. Zu 0 abgewehrt. Aber ich glaube, sie werden nicht böse sein, wenn sie den Satz trotzdem gewinnen. Wenn sie gegen auch ein Tor geschlossen haben. Ja, das Bild steckt jetzt ein bisschen. Ich hoffe, es geht gleich wieder. Ja, ich hoffe, es geht. Das wird das... Ich hoffe, es geht jetzt nicht. Ich hoffe, es geht mal. Ich hoffe, es geht gleich. Wenn der Moment zuerstellen, So, wir haben einen kleinen Hänger gehabt in unserem Bild, läuft schon wieder weiter, ich habe es hoffentlich nichts verpasst, ist aber noch nichts passiert. Und nächster Treffer, 5 zu 1, 2 zu 1, aufgeholt und... Damit die 2 zu 1 Führung für Hanekam Zalewski. Und wie? Und wie? Also so richtig, nach einem 0,5 mit einem harten Kampf. Die Zugerltaktik, ja. Zugerltaktik, sagt man in Österreich, ja. Am Anfang so tun, als könnte man es nicht, so quasi, und dann... Man muss eindeutig sagen, ja, die Deutschen haben den Schweizer da den Schlecker hingehalten, sagt man so schön in Österreich, und dann ganz schnell wieder weggezogen, gell? Ja, genau. Da gibt es jetzt nichts. Schauen wir, ob die Deutschen das jetzt beinhart heimfahren, oder ob die Schweizer mit dem Druck umgehen können. Und man sieht bei den Schweizer, gell? Die haben da eigentlich jetzt zum Pirat schlagen. Ja, na klar, die müssen jetzt wieder was ändern. Das Momentum hat sich geändert. Die Schweizer sind jetzt gefragt, dass sie sich was überlegen. Das Team aus Deutschland ist jetzt hier klar besser gewesen in dem Satz. Aber es kann sich so schnell ändern, wie wir gesehen haben nach dem ersten Satz. Wer weiß, ob die Schweizer sich vielleicht diesen Satz wieder hochgewinnen vielleicht sogar. Wir sind gespannt. Los geht's! Schau mal, wer kommt hier mit dem ersten Treffer gut in den Satz hinein. Lässt sich da wieder Langzeit? Super Pass! Super Pass, jawoll! Ja, auch sehr kurz, vielleicht leicht schräg. Auf jeden Fall im Tor. Boah, was war das für ein Pass? Der war ja noch mal schneller als der auf der anderen Seite gerade. Ja, aber kein Treffer. So, ich übergebe das Mikro. Herzlich willkommen, Bruno. Grazie mille. So, Servus, Bruno. Der Bruno ist back vom Typ. Thomas, endlich haben wir mal das Vergnügen. Voll. Mit dieser klasse Partie. Mega-Geschichte, muss ich sagen. Erster Satz, 5-0 für Prisi Friedl. Ja. Zweiter Satz, ich glaube, nach einem harten 3-3, glaube ich war es ein 5-4 für Hanekamp-Salewski. Und im letzten Satz ein 5-1 für Hanekamp-Salewski. Und die sind da jetzt mitten drin statt nur dabei. Und da jetzt im vierten 1-1. Das ist bisher passiert. Das ist der Stand. Der Stand. Wir haben ja schon gesagt, wir sagen in Österreich, die haben die Zuckerl-Taktik gemacht. Mit den Schweizer. Zuerst so dann aus, wie wenn sie nicht spielen können und dann nehmen einen Schlecker hingehalten. Funktioniert das immer noch. Ja, ich bin vorher auch schon drauf reingefallen tatsächlich. Einmal so. Dann hart aufgeschlagen. So, ich bin gespannt, was so an verschiedenen Systemen auftaucht. Also schön pin-lastig alles, oder? Ja. Nachdem alle so bewaffnet mit Handschuhen sind. Haben wir festgestellt, ja, dass die Senioren keine Oldschool spielen, sondern einen Pin. Ja, genau. Ja, speziell die deutsche Belegschaft ist da ganz vorne mit dabei. Jetzt aus dem Beck. Aber der pinnt vorne wie eine Maschine. Ist unglaublich. Wäre interessant zu wissen, wie Galando erprobt die beiden Herren aus Dortmund sind. Jawohl, schön aus der Langauflage. Aber ich bin richtig, dass wir auch im Classic sind, oder? Classic. Classic Senioren, Classic Finale. Ja. Weil da wird das Tor dann plötzlich doch auf einmal ein bisschen kleiner, wenn man praktisch den Kurbel geradeaus nicht hat. Und worüber viele deutsche Spieler stolpern ist, dass die Außenpuppe vom Galando nicht so weit reingeht wie auf dem Leo zum Beispiel. Das heißt, man kann die gerade Option eigentlich fast nicht schießen eigentlich. Nur sehr kurz spielen. Hat aber schon gemacht, vorne im Sturm. Er hat einen ganz kurz, er hat sehr rechtslastig, sein Schuss, der ist mega gut. Und hat aber einen schon einmal ganz links aufgelegt und ganz kurz gedrückt. Fast gerade. Und jetzt wird sich da geärgert. Sehr erprobt. Auch der Giuseppe verfolgt natürlich die Signoren-Action. Sehr erprobt, okay. Wieder hinten. Aber mit der Zeit sind sie weniger streng zueinander, oder? Ja, sind sie weniger streng zueinander. Ist uns aufgefallen. Haben die Senioren zwölf Sekunden oder ist das einfach Agreement? Ich habe mir jetzt schon ein paar Mal gedacht, so richtig nach Classic und ein bisschen unterschiedlich fühlt sich das gar nicht an. Kannst du uns in der Zwischenzeit mal in den Masterplan der kommenden Stunden einweilen? Nationalteam, Nationalteam, Nationalteam. Ja genau. Und wie lange geht es ungefähr? Zwölf, sowas? Spätestens. Aber werden wir es dann erkundigen und dann schauen wir, wieviel rum wir spielen. Weil jetzt wird ja die Nationalteam am Samstag fertig gespielt. So, gute Möglichkeit. Und für Markus Zalewski jetzt mal zwei Tore vorzulegen, er an der Wende kommt. Und da führen sie 3 zu 1 und es sind nur zwei Tore, Bruno, bis die Zuckerltaktik aufgegangen ist und die Senioren da den Classic-Titel-Sieg feiern. Wie ist es dann, Galando World Series Classic gewinnen? Gibt es da WM-Startplatz-Tickets fix? Oder ist da... Ich gehe davon aus. Ja gut, wobei die Herren sind so gestanden, ich gehe mal bei allen Vieren davon aus, dass die Quali sich schon anhand der Anzahl und Platzierungen der Turniere ausgehen sollte. Also sie gehören zum festen Inventar, das kann man so sagen. Aber prinzipiell Galando World Series, die vorderen Plätze oder die Sieger... Kriegen ein Ticket zur WM? Ja, der sollte da nicht hin, auf alle Fälle. Irgendwo Richtung Bande. Da wird gearbeitet und geschwitzt. Man muss sich vorstellen, da sind schon einige Grad in der Halle. Schön warm, schön zum Schwitzen. Ja. Aber da weiß man, was man macht. Sport. Und überragend. Tatsächlich, also muss ich dich loben als Organisator, beziehungsweise die TFBÖ-Connection. Soda-Zitrone, ein Euro auf dem Turnier, finde ich ein mega Zeichen. Ein halber Liter, das war... Haben wir sich bemüht, ja. Haben wir mit der Gastro verhandelt und dafür auch herzlichen Tag an die Gastro an dieser Stelle. Ich glaube, die hören am draußen sogar. Sehr, sehr cool. Läuft in der Gastro auch das Tischfußball. Hervorragend. So. Oh yeah. Aus Zeitnot eine Tugend gemacht und der Schick nach links außen. Und der Herr Salewski, der weiß eigentlich aktuell schon was, auf der Dreierreihe mit dem Ball anzufangen. Jetzt ist Lang schon viel zu, nimmt das Time out. Clever, smart. Und um die Körpersprache mal einfach steile Thesen zu deuten. Ja, da wird ein bisschen in sich rein gemurmelt. Die beiden Schweizer sind vom Tisch gegangen und beide in verschiedene Richtungen. Und nicht ganz happy gerade. Beste Karten aktuell für das deutsche Doppel. Ja, der schaut eben dazu, wie die anderen diskutieren. Bei denen ist alles ätle Wanne. 2 zu 1, Führung 3 zu 1. Und wichtiger Ball jetzt. 4 zu 1 aufholen ist natürlich crazy schwer. Von dem her. Markus Salewski weiß, dass der wichtig ist. Jetzt vielleicht so zwischendurch. Aber wow. Es ist schon schwer, ohne diese gerade Option, finde ich. Ja, komm an. Komm an. Komm hier. Komm an. Komm an. Schöner Schliffversuch. Jetzt wieder hinten in aller Ruhe. Ja, also das finde ich auffällig. Die sind wirklich zeitmäßig extrem gnädig zueinander. Aber trotzdem deutlich. Und ich würde fast sagen, erfolgerichtiges Tor. Weil gefühlt landet der Ball gerade einfach immer irgendwie bei Blau. Ja. Jetzt 8 zwischen dem Tor. Viel Zeit. Ja, er macht nichts, aber ich glaube eher der Ratlosigkeit geschuldet. Und auf der rechten Seite ist gerade Feeling Well. Das schaut richtig vernünftig aus. Und auch nach Titel. So, jetzt mal wieder die Chance auf 5er Auflage. Speziell beim Klassik. Da muss man echt als Stürmer auch damit klarkommen, dass man mal eine Zeit lang komplett abgeschnitten vom Spiel ist und einfach keine Bälle bekommt. Ja, und dann passiert sowas. Ich sag das Päschen wieder nach links. Nicht was, was du sagst, Bruno. Ah, jetzt wandert er weg. Der war doch so schön. Tu es nochmal. Lässt sich hier Zeit. Und dann Zeit Reset. Ja, ist der Matchball. Der ist oben eingezwickt. Schön behalten. So, aber jetzt wäre es an der Zeit. Hier zurückzukommen. Mal wieder so ein Lebenszeichen von sich zu geben. Viel wandern. Ob da Zeit zum Gucken bleibt. Weniger. Schön zugemacht. Den Braten hat er gerochen. So, und jetzt nächster Matchball für Markus Zalewski. Diesmal keine Zeit. Die Mischung macht's. Die Mischung macht's. Ja, der will den jetzt rein. Der will da raus. Der will eine Sonderzitrone um einen Euro genießen. Ob es bei dem dann bleibt? Nach dem Galando WS-Titel. Wobei, es kommen ja noch steile Tage. Und sie müssen das Nationalteam spielen dann. Die seien die Wand. Die gleiten dann gleich in den Nationalteambewerb. Straffes Programm. Wieder der Block. Schiebeauflage. Ja, der Passversuch. Mich wundert's tatsächlich. Ich glaube, den hat er so ein bisschen vergessen. Den aus dem Pin nach links vorne. Den Pass. Der hat super funktioniert. Nahezu kein Risiko dabei bei diesem Pass. Kann man eigentlich getrost nochmal spielen. Gerade sie mühen sich. Kurze Absprache. Wer schießt, dann ist es das Timeout. Das ist das Timeout Nummer eins dann. Ja, dann auch da der Wechsel. So, jetzt doch wieder so rum. Ja, komische Situation gerade am Tisch. Weil es ist eigentlich 4 zu 1. Die einen glauben, wir sind schon durch. Die anderen glauben, wir haben schon verloren. Aber auf der anderen Seite ist gerade in diesem Moment eigentlich richtig was drin. Ja, vielleicht so. Eigentlich schon. Die anderen wiegen sich schon in Sicherheit. Aber einfach rein von der Körpersprache. Also die beiden Schweizer Herren machen einfach überhaupt nicht den Eindruck, als würden sie selbst noch daran glauben. Oh, da ist er aber. Ja, jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht. Jawohl. Roland Priesi hämmert die Kugel da rein. 4 zu 2. Ast rein, zackig vorbei. Aber die brauchen jetzt noch 3. Das wäre gewesen. Es gibt kein Obertime. Keine Obertime. Naja, es ist vierter Satz. Also in diesem Satz gibt es keine zumindest. Ja, stimmt. Sehr aufmerksam. Das heißt, ein Tor fällt dem Deutschen noch. Nach wie vor. Ich kenne den Zustand sehr gut. Es ist schon tricky, wenn man schon 4 zu 1 vorne ist. Naja, irgendwie wird es schon funktionieren. Ja, aber dann waren das jetzt für drei Schießen. Ja, voll. Und auf einmal geht einem die Düse, weil man sich denkt, naja, das war doch eigentlich schon zu. Und dementsprechend wichtig ist der jetzt. Und Roland Priesi macht da zu, hält die Kugel jetzt nächste Chance. Auf der drei. Matchball. Und zu lang. Ja, der lange ist jetzt zu einfach. Also ich muss jetzt derart präzise und sauber getimed schießen. Das ist schon richtig schwierig jetzt. Aber klar, leicht soll es nicht gehen zum Galando WS Sieg. Ah, die Dinger wären wichtig, dass sie da mal eine Connection aufbauen und Pässe, dass die auch ankommen und die Pässe fangen. Das funktioniert noch nicht so gut. Und deshalb besonders beim Klassik, um den Sturm ins Spiel zu bringen, ist das Passspiel extrem wichtig. Da haben wir heute schon viele positive Beispiele gesehen dafür. Wow. Und der wäre fast über Umwege nach hinten rein. Ich finde, das ist das Moment da für die Schweizer. Die müssten jetzt… Also wenn, dann geht jetzt was. Die müssten da jetzt mit voller Energie und vollem Karacho mit vollem Selbstvertrauen. Trau die! Da trau, ja? Trau die! Oh, Pässe von Hietner! Hammerdor! Roliprise! Ui, sauber drüber gefahren, zu weit reagiert. Schön begradigt. Schicke Sache. So. Oh! 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 Bevor es zu eng wird, dann lieber so, hey! Also, sensationeller! Rechtslang als Abschluss. Beendet die Kugel… Beendet das Match! Hier mit einem Hammer-Tor von hinten! Das ist das Schöne am Tischfussball, wir bauen Spannung auf und der könnte doch noch und zack, bumm! Wenn es darauf ankommt, ein langer Hieb, der war sauber, der war blöd sauber. Den kann man sich schön speichern. Gratulation! Erster Titel des Turniers, erster Bewerbe entschieden. Sonst sind sie die Ersten praktisch, oder? Ja, sonst ist noch nichts fertig, tatsächlich. Erstes Finale hier, erster Titel für Deutschland. Senior Classic Doppel, Platz 2 ging an die Schweiz. Und schauen wir auf Platz. Läuft nicht mehr auf der anderen Seite, ist auch schon entschieden. Ja, die deutschen Herren sind bei den Senioren schon eine Bank. Aber hoffentlich, und da kümmerst dich ja auch du maßgeblich drum, und auch viel im österreichischen Verband, dass viel Nachwuchs kommt. Hoffentlich bleiben die alle dabei, damit auch irgendwann das Seniorenfeld so richtig groß. Ja, die Deutschen sind uns ja immer wieder 20 Jahre voraus in der Struktur. Das heißt, unsere Alten werden ja erst alt. In den nächsten paar Jahre kann ich darauf verlassen, dass Österreich da eine richtige Kampfmannschaft nachrücken. Und das ein bisschen steinender machen wir vielleicht. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber es ist die erste Runde überall am Laufen, liebe Zuschauer. Es wird nur ein bisschen dauern. Es ist ein Race-Format. Es wird gespielt Einzel-Einzel-Doppel bis 30. Die sind jetzt im zweiten Segment, sehe ich so circa erst das zweite Segment. Ich nehme mal an, dass alles läuft und dass wir wahrscheinlich erst in 20 Minuten, eine halbe Stunde wieder eine Partie kriegen. Aber wir wissen es nicht, ich werde nachfragen gehen und wir werden es bald wieder hören. Aber ihr werdet es als erstes erfahren auf alle Fälle, wenn sich da was tut. Auf jeden Fall. Gute Zeit für euch zu Hause, kurz um aufs Klo zu gehen, Chick zu rauchen oder sonstiges. Wir hören uns. Bis gleich. . . . . Das ist so unglaublich, dass sich der Gesichter zwei letzten. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ............ ......... ......... ......... ............ ......... ............ ......... ...... ......... ......... ............ ......... ......... ......... ......... ......... ............ ......... ............ ......... ......... ......... ......... ...... ...... ...... Vielen Dank. 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 Bye. 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 den Hunsdorfer-Train, den D-Zug zu bremsen, auf das kommt es an. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn sich Kevin Hunsdorfer konfident und richtig wohl fühlt, dann wird es schwer. Und Marcel Klaus kann das aber. Viel besser als davor. Klingt schon mal vielversprechend. Daniel, woher kommentiert ihr das Bild des Streams oder von YouTube? Aber ist denn der Tischsound, ist der Tischsound auch verzögert oder wirklich nur die Kommentatoren? Ja. Also, ihr habt die Frage, ob das läuft irgendwo, Deutschland, Frankreich, auf InsideFuß TV? Meines Erachtens läuft das. Müsste jemand checken? Oh, der Kevin Hunsdorfer. Wir sind nicht die Männer für die technischen Geschicke an der Stelle. Wir tun einfach unser Bestes, wie immer und steigen ins Spiel ein und haben da jetzt das 10 zu 10 gesehen. 10 zu 10 und gibt es da schon einen Timeout oder? Irgendwie wirkt so. Oder es hat jemand für euch extra das Spiel unterbrochen. Aber es sah mir schon nach Timeout aus irgendwie. So, guck in die Luft. In den Kopf von Kevin Hunsdorfer würde ich gerne ab und zu mal reinschauen. Ja, Marcel auch einfach Bombenspieler, speziell auf dem Tisch. Batsch, Batsch, ein Schlag durch die Mitte, 11 zu 10. Das ist ein Schlag durch die Mitte, 11 zu 10. Vielen Dank. Wir können uns leider weniger aufs Spiel konzentrieren, als uns lieb ist, weil Technik, und zwar, da wurde uns gerade gesagt, also für uns kam tatsächlich überraschend die Meldung, dass das den ganzen Tag so ist. Da vielleicht kurz Feedback, ob das bei allen wirklich so ist. Und wir können auf alle Fälle versprechen, dass wir das bis morgen geregelt haben. Oh, Hammersnake. Ich kann jetzt aber mal fragen, ob es jetzt wirklich 12-12 steht. Thomas ist an Feier. Also für morgen wird geregelt, damit die Sache flüssig läuft. Ja, Stand stimmt. 12-12. Das Problem ist, wenn wir jetzt neu starten, kann es passieren, dann müssen wir komplett mit neuem Link etc. pp. anfangen. Und es ist das letzte Mestesamt? Ja, genau. Heute noch durch und dann ab morgen in good quality. Da hat er fast so viel bezahlt. Es gibt ja die verschiedensten Materialien beim Tischfußball und Hilfsmittel, da für Grip und so zu sorgen. Bei Marcel Klaus habe ich gesehen, das ist ein, also ich muss mich mal fragen, was das für ein Handschuh ist, das schwarze Teil da. Aber vom Logo her und von der Aufschrift ist es ein Meinl-Handschuh. Und das ist eigentlich für Musikequipment. Würde mich interessieren, für was der da ist. Ein Roadie-Handschuh zum Cases tragen eventuell. Easy, so können wir uns ausdenken, was er wohl sagt. Und vier Sekunden später könnt ihr dann tippen, ob es richtig klingt. Er schreit eigentlich nach einem Trinkspiel. Aber nicht alle haben sich das ganze Wochenende freigenommen, wie die Athleten hier und auch wir. Könnt gerne mal teilen, von wo aus ihr zuschaut. Auf alle Fälle bislang immer die Schweizer Boys so ein bisschen mit der Nase vorne. Ja, erstes Einzel. Ein Tor Vorsprung werden es zwei. Das ist halt so wichtig in der ersten Partie. Kann man das sagen, so Thomas, ist es unangenehm, wenn man immer so ein Tor hinterherläuft bei dem Modus? Oder ist es noch so ganz entspannt, weil es dauerte eh noch länger? Viel unangenehmer sind zwei oder drei Tore dann schon, gell? Ja, so wird. Und natürlich, ja, Race-Format. Wow. Da wäre es fast passiert. Die österreichische Nationalmannschaft ist übrigens heute schon geehrt worden. Für den Weltmeistertitel bei der Galando WS im Heimatland. Da wird nochmal aufgezeigt. Aber auch zu Recht war eine großartige Vorstellung, unter anderem von Mann, den ihr jetzt gerade zuschauen dürft, auf der linken Seite. Kevin Hunsdorfer hat da einfach absolut verrückte Spektakelsachen abgeliefert. Oh, der Michael Mayer hat Insiderwissen. Gefällt mir, gefällt mir. Arbeitet in einem Musikgeschäft, deswegen, das macht Sinn, leidenschaftlicher Musiker. Würde mich als Instrument interessieren. Flöte. Querflöte. Batsch, richtig stark. Ich würde ihn so mehr in die Rhythmusabteilung. Ja, da so hinten mit dem Bass hinten so machen. Drum oder Bass. Der hat schon gutes Equipment. Sehr nice, sehr nice, auf was man alles kommt. Umso wichtiger ist, dass der Chat aktiv ist. Wir begleiten... Und ihr habt die Expertise am Start. Schön interaktiv, so mag ich das. Er riecht einfach ein geiles Sieg. Wie nah war die Aussprache am Original, wie es gehört. Oh, den haut er sich selber rein. 17-14. So, Kevin. Thomas, fehlt jetzt der Signature-Move von Thomas Wagner. Wie geht eigentlich Kevin, Hunsdorfer oder Hu-Hu-Hunsdorfer, wie man mag. Ja, wie man mag. Ich glaube, dass ihm alles gefällt. Also man muss ehrlich sagen, das gibt dem Kevin sehr viel, wenn die Masse seinen Namen schreit. Damit er ihn in Rage-Mode. Boah, zack, bumm. Und wenn er die Stange so loslässt, dann hat er Bock. Meine spielt Schlagzeug, ja. Das irgendwie kann ich mir das gut vorstellen. Aber brutal stabile Leistung bislang von Marcel Klaus. Wirkt alles. Ganz in Ruhe, ganz solide. Smart, schlau. Und er hat einfach die Defense, so wie es jetzt zu sehen ist. Zwei Hände, drei Stangen kontrolliert er. Sau wichtig, sonst wird es eng gegen Kevin. Das war nur ein voriges Spiel. Boah, der ist bitter, dass der bei Marcel auf der Drei landet. Wer erwartet uns denn im letzten Doppel? Weißt du das? Mutmaßungen erlaubt. Von Österreich weiß ich es, aber von der Schweiz könnte man es gleich herrühren. Das heißt, es ist Schöpf und Wilford? Ach stimmt, Matthias Schöpf. Benjamin Wilford ist ein bisschen verletzt. Benjamin Wilford wird nicht eingesetzt, wegen Handproblemen. Dann ist Stefan Buhrwettler und Wolfgang Breuer. So, jetzt zweimal gehalten, so vor von Kevin Hunsdorfer. Und kann er jetzt hier ausgleichen wieder. Und da Jubel von Marcel Klaus. Krass wichtiger Safe von Marcel. Nicht gegen Marcel Klaus. Krass wichtiger Safe. Und auch die Faust gleich hinten nach. Ja, der weiß, wie wichtig dieser Ball war. Der weiß, wie wichtig dieser Ball war. Grüße aus Luzern. Oder Luzern, ist das was Eigenes? Oder heißt das Luzern? Ja, schöne Partie. Das finde ich auch ziemlich cool bei Marcel. Zwei auf drei. Das heißt, von der Defense ganz vorne in den Sturm zu spielen, muss man sich trauen. Da muss man die Skills haben. Weil das schnell mal ein Foto kassiert. Oder man verschenkt die Kugel. Ah, und jetzt nächste Chance für Kevin Hunsdorfer. Und gut gehalten von Marcel. Ich habe es vorher schon gesagt, die Defense von Marcel ist der Schlüssel, um den Kevin Hunsdorfer zu stoppen. Anders geht es fast nicht. Und das macht der bisher brillante Schweizer mit einer absoluten Top-Top-Vorstellung. Respekt. So, wer bleibt denn dann bei den Schweizer Boys? Praktisch Wolfgang Breuer und Stefan Burmittler, der Wunderknabe. Mit 16 einfach ein Genuss, dem zuzusehen. Wolfgang Breuer, brutal stabiler Torwart. Und jetzt Heimat. Und in der Zwischenzeit, Hannes und Salze werden es wohl sein. Hannes und Salze, ja. Das wird es wohl sein. Ja, das stimmt. Die Puschen haben wir noch nicht gesehen. Pascal Salzgeber und Hannes... Walliman. Ja. Hannes Walliman, ja. Hannes ist auch da. Was weiß ich, ich mache jetzt einfach mal einen Blick auf die Aufstellung. Wag, wag einen Blick auf die... Auf die Aufstellung. Einen Blick auf die Aufstellung. Wer ist denn das letzte... Doppel? Schweizer. Kevin pirscht sich nach und nach ran. Also wir haben es schon bestätigt bekommen. Es ist Salzgeber, Waldemann. Und so. Ausgleich. Kevin, Hunsdorf. Mit dem Ausgleich zum 17-17. Halt. Und ich glaube sogar 18-17. Weil da ist ein graues Steinchen noch zu sehen. Und das ist halt auch die crazy Nummer an dem Format. Und dieses Segment oder jedes Segment verläuft in so vielen verschiedenen Phasen. Hat gestimmt. Jetzt steht es 18-17 für Österreich. Ja, 19 praktisch. Weil er hat schon wieder gesquart. 18. Ich habe am Stand noch gesehen. Also Sie haben mitgeschrieben 18. Genau. Was ich callen wollte ist, man muss praktisch... Es reicht nicht, eine richtig gute Phase in diesem Segment zu haben. Sondern du musst es dann halt auch ins Ziel bringen. Weil eben, es wird einfach so lange gespielt, bis irgendwo die 20 steht. Der Kevin ist bei neun Toren gestartet. Und deswegen hat er da schon acht, neun geschossen und hat jetzt 18. Er ist bei neun Toren gestartet? Ja, er hat dann acht geschossen, dann zurückgestellt und wieder einen, hat er neun. Ist auf 18, 18-17. Guter Moment, auch das mal zu erklären. Weil das ist tatsächlich immer ein bisschen tricky, wenn nur anhand der Satzzähler praktisch dieses Format gezählt wird. Und jetzt aber wieder dieser Kevin Hunsdorf. Der Marcel Klaus hat schon zwei Tore Vorsprung gehabt. In irgendwo in einer Entscheidungsphase. Eben bei 17-15 so in diese Richtung. Da hat er es verpasst, selber zu scoren. Er hat lang dicht gehalten, aber das eigene... Boah, crazy Pass über die Bande nach vorne ist abgefahren. Den spiel ich morgen am 1. Boah, Hammerdorf! So. Time Out. Time Out. Kevin kurz unzufrieden, er klopft da kurz mit dem Fuß gegen den Tisch. Wolfgang Breuer ist definitiv auch hart on fire. Der war vorher mit Kopfhörern seit gefühlt einer halben, dreiviertel Stunde separat an dem Tisch. Er hat sich eingespielt. Eingeschlagen, würde ich eher sagen. Geschlagen, ja. Was auch immer er da über seine Kopfhörer hört, wäre interessant auch. Oh, jetzt ein bisschen Glück in der entscheidenden Phase. Wir haben aber wirklich noch keine glücklichen Tore jetzt in dem Match gesehen. Es waren Bomben da. Aber Kevin ist ja auch bekannt. Kevin ist das typische Beispiel, dass man Glück relativ reduzieren kann am Tisch. Der Kevin kriegt wirklich sehr schwer an glücklichen, weil er einfach so schnell ist. Wieder der Versuch. Und jetzt die Chance für Kevin mit zwei Toren Vorsprung. Zweite Chance. So, Kevin Hunsdorfer dreht die Partie, wenn auch sehr knapp. Marcel Klaus ärgert sich. Es sah nämlich schon richtig, richtig gut aus für ihn. Und dann hat er es aber eben nicht ganz ins Ziel gebracht. Wie der Stefan Fröls. Wie der Stefan Fröls. Der Tuber genommen in den Kevin. Zwei Tore. Das ist... So, du hast jetzt ja hartes Insiderwissen am Start. Besonders über die österreichische Gang jetzt, die folgt. Was muss man machen gegen Wolfgang Breuer und Stefan Burmettler, um die beiden zu ärgern? Was bringt die beiden aus der Kontenanz? Schwierig. Salzgeber Waldemann steht auf der anderen Seite. Pascal Salzgeber hat den Stefan vor, gefühlt, vor zwei, drei Turnieren zu Tode gehalten. Im Einzel, in Tirol. Dann kam eben diese Champions League. Und ich habe mit Stefan Champions League gespielt. Zweimal. Und einmal im Finale gegen den Salzi. Und da war ich in Erinnerung, halt alles gehalten zu haben. Und ich sage zum Stefan, wir spielen jetzt gegen den Salzi. Und dann sagt der Stefan drauf aus Reaktion, super. Heute hau ich ihm alles rein. Und so ist es dann gekommen. Und von dem her... So tickt der Junge Mann. Ein anderer sagt vielleicht, ui, wieder dieser Pascal, der hält mir alles. Und er sagt zu sich, heute mache ich es besser. Und heute hau ich es rein. Aber wir wissen, Pascal Salzgeber und Hannes Wallemann einfach zwei Traumspieler auf dem Galando-Tisch. Und wer sich zurückerinnert, eben ans Champions League Finale in Rom, im November glaube ich war das, also ein paar Monate schon her, TFC Pilachtal zum Schluss als Sieger von der Platte gegangen praktisch, gegen TFC Luzern. Und ausgemacht hat eben dieser Stefan Urmettler. Ja, im letzten Doppel... Immer. Immer. Immer gegen wen. Ja. Und jetzt hat der Wolfgang Breuer. Schauen wir. Das wird sicher, auf jeden Fall, können wir versprechen, eine Bombenfabrik. Ja, gern eure Calls in den Chat. Also jetzt ist letztes Segment, das Spiel geht genau bis 30 Tore, außer es gibt keine Zwei-Tore-Unterschied, denn es kann auch 52 zu 50 ausgehen, theoretisch. Es gibt keine Begrenzung, einziges Kriterium, eine Mannschaft muss zwei Tore mehr erzielt haben als das andere Team. Ja, wir bedanken uns momentan auch bei 160 Live-Zuschauern fast in diese Richtung. Schön, dass ihr hier dabei seid. Ja, dass es technisch noch nicht 100% rund läuft, das kriegen wir bis morgen geregelt. Trotzdem schön, dass ihr dabei seid. Was ist dein ausgerufenes Ziel morgen? Wie viele Zuschauer sollen es werden? Hast du eine Marke? Nein, ich habe kein Ziel. Wir wollen hier professionellen, kostenlosen Stream bringen. Unter Anführungszeichen professionell. Und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der zuschaut. So ist es. Und haben hier keine speziellen Ziele. Und vor allem aus meiner mittlerweile doch zahlreichen Stream-Erfahrung kann ich sagen, das Schönste ist einfach, wenn der Chat ein bisschen lebendig ist und ein bisschen mitmacht. Und mitfiebert und wenn ihr Insiderwissen teilt, so wie ihr es schon gemacht habt. Schöne Sache und jetzt viel Spaß im letzten Segment. Erster Ball! Stefan Burmettler. Erster Ball, erstes Tor. Schauen wir mal, wie es geht. Er grinst auf jeden Fall. Ein gutes Zeichen bei ihm, wenn er das macht. Hannes habe ich tatsächlich eigentlich noch nie wirklich spielen sehen. Bin ich gespannt, was kommt. Hannes hat schon viele Turniere in Österreich gespielt, kann ich sagen nur. Und auch schon oft Finale gegen den Kevin Hunsdorfer gespielt. Da hat es in Linz, der Anjub Open immer wieder ein Turnier gegeben, wo der Hannes da war. Und es gibt wirklich viele Duelle zwischen Kevin Hunsdorfer und Hannes Waldemann. Wie speziell ist so ein Teamwettbewerb? Ah, der Wolfgang Breuer. Ja, das ist so einer. Der ist materialpenibel. Da muss alles so sitzen und in bester Ordnung und in bester Farbstrahlkraft sein, damit man ordentlich spielen kann. Also da gibt es so eine kleine Story. Der Wolfgang Breuer, der brachte gefühlt pro Match fünf Bälle, fünf neue. Und die nehmen wir alle mit nach Hause und spielen noch ein halbes Jahr damit. Das ist super. Ja, da gibt es die verschiedensten Vorlieben tatsächlich. Beim DFC Pilach, da gibt es die alten Bälle von Wolfgang Breuer. Aber die Defense von Wolfgang ist bisher absolut astrein, hat noch keinen kassiert. Und wenn ihr euch das Bild mal anschaut, wie Wolfgang da verteidigt, gibt angenehmere Aufgaben, als an der Defense vorbeizuschießen. Und obwohl das Galando-Tor gefühlt echt groß ist, das ist immer die Challenge, als Verteidiger das Tor möglichst klein zu machen. Und Stefan Burmittler marschiert. So, und da hat Thomas Wagner kurz mal seinen Posten verlassen müssen, um anzufeuern. Top-Auftakt im letzten Segment für Österreich. Ich bin wieder auf Stefan seine Quote gespannt. Die war bisher im Team sehr gut. Jetzt dritte Chance für den Stefan. Zwei Tore hat er schon gemacht. Haut er jetzt den dritten rein. Ah, mit Glück. Wird ihm egal sein. Mittlerweile fünf Hütten Vorsprung für Rot-Weiß-Rot im Gestreift ohne Kreuz in der Mitte. Timeout. Ja, vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, mal in den Flow unterbrechen. Denn bislang fühlen sich Wolfgang Breuer und Stefan Burmittler pudelwohl. Das funktioniert bislang. Mal eine Frage in den Chat und die Kommentatoren. Wieso wird gefühlt bei jeder WS der Modus gewechselt? Und wieso wird bei diesem Modus den Einzelbegegnungen mehr gewicht als beim Doppelbegegnungen? Wow. Viele Fragen. Nehmt mal einen Timeout. Nehmt für diese Antwort mal einen Timeout. Wir haben jetzt ein schnelles Tor gesehen. Von der Schweiz. Das erste im letzten Segment. Und nächstes Treffer, vierter Versuch, vierter Treffer. Die Partie ist noch lange nicht aus, aber den Stefan müssen sie stoppen. Also der hat jetzt vier Bälle, viermal hat er gestroffen. Und er findet halt auch alle Lücken, die es gibt. Also auch die ganz schweren praktisch zwischendurch, findet ganz enge Korridore zum Weg ins Glück. Und das macht es für eine Verteidigung halt einfach, obwohl Pascal Salzgeber mit allen Wassern gewaschen ist, macht es das super unangenehm. Wenn man das Gefühl hat, okay, sei die Lücke noch so klein, der findet einen Weg da durch. Und Michael, ich beantworte deine Frage so gut ich kann. Nur der Moment muss passen. Oh, schade. Oh, schöner Pass. Kommt jetzt der Pass von Wolfgang Preuer. Ah, wieder glückliches Tor. Nachdem ich, oder unsere Stimmen eh so ein bisschen verzögert kommen, verzeiht mir, wenn ich jetzt kurz über das Spiel drüber rede. Aber ich würde die Frage gerne beantworten und nicht hinten runterfallen lassen. Aus meiner Sicht ist es so, dass Tischfußball in dieser Art, wie er gespielt wird. Ich glaube, der Julian wird das jetzt sagen. Jetzt kommt der Experte, jetzt kommt der Experte. Da haben wir einen richtigen Mann jetzt. Oh, Traumpass. Stefan hat den Ball nicht behalten können. Und ich sage dann nur noch, ob ich mit Julian mitgehe oder nicht. Oh, schickes Ding. Wichtiger Moment. Pascal Salzgeber. Perfekt. Es wird aber keine Rolle spielen, ob du mit dem Julian mitgehst oder nicht. Weil der Julian macht die Regeln. Als einer von vielen im ITSF-Sportkomitee praktisch. Korrekt, ja. Also da gibt es nicht einen Kopf, der sich das ausdenkt und sagt, so, jetzt geht es los. Sondern da steckt schon Sinnhaftigkeit und viele Gedanken gut dahinter. Aber da siehst du, der Michael hat schon zurückgezogen. Es hat schon genügt, dass der Julian geschickt hat. Hallo Michael. Michael ist ein sauangenehmer Zeitgenosse. Er hat uns schon geholfen mit Fachwissen. Schöne Fragen. Und ich habe grundsätzlich eine Sympathie für Cap-Träger am Kickertisch. So, Stefan. Hat er schon vergeben jetzt? Jetzt zumindest. Kickern ist nicht nur Sport, sondern auch Lifestyle, sage ich. Jetzt nächste Chance für den Stefan. Ja, Connection funktioniert. Und es ist... Killer. Jetzt hat er auch eine Dreienfolge gehalten, der Pascal. Und jetzt hat der Stefan einfach einmal umgestellt. Er löst sich da in dem Druckmoment mit einem Hammer mit der Tür. Gelernt. Der weiß ja, der geht einmal im Spiel. Der muss ja nur spielen. Dann muss man zur rechten Zeit in den Trickertippen packen. Und, das habe ich vorhin schon gesagt, da finde ich die Österreicher einfach überragend. In dem, in Deutschland wird man dann teilweise so fast ein bisschen gecancelt, wenn man dann aus der Mitte zu so einem Zeitpunkt schießt, wenn es nicht läuft oder so. Weil unvernünftige Entscheidung oder so. Sondern genau da der Mut gehört belohnt. Bruno, du musst nur können, dann ist er nämlich drin. Ja, klar. Und dann ist die richtige Entscheidung. Wenn du ihn nicht kannst, sollst du es lassen. Er muss ein Fahrrad trainieren halten. Der Kevin kann das auch. Und das finde ich super schön bei den Österreichern zu sehen, dass einfach viel mehr Mut und Bereitschaft da ist, in solchen Momenten auch einfach das Herz in die Hand zu nehmen und so einen abzufeuern. Und das Vertrauen in die eigene Stärke zu haben. So, pass auf Leute. Wie du sagst, einmal im Spiel geht er. Und vielleicht geht er sogar noch ein zweites Mal. Nein, genau, der geht genauso einmal der Mitte da wie Einser vom Stefan vorne. Der hat noch nicht gemacht. Das könnte genauso sein. Der steht noch offen. Der steht noch offen, ja. Und der Pascal Salzgeber. Eine Maschine. Der ist brutal. Der ist wirklich brutal. Geiles Spiel hier. Ja, und es geht nicht mehr so ganz easy für Stefan und Wolfgang. Auch wenn Wolfgang auch den Ball, wie er sich catcht, super stabiler Job. Es geht nicht easy, aber nach wie vor doch vier Tore Vorsprung. Alles im Lot für die Österreicher. Also Wolfgang gefällt mir gut in der Partie. Auch jetzt der Passversuch. Immer schön finde ich, wenn auch in so Druckmomenten und so Hannes und Salzi haben ein Lächeln übrig. Es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Und davon lebt das Spiel auch. Das ist so. Bei keinem Sport gibt es das, dass die Leute so nah beisammen stehen. Echt schön zu gucken. So, Salzi. Schnauf kurz. Hat er gesehen, dass er da kurz vorm Foto stand. Und dann nochmal. Ja, aber... Sie feilen, sie feilen, sie feilen. So, Michael ist zufrieden. Danke, Julian, für die Ausführung. Vielleicht sage ich nach dem Spiel noch kurz was dazu. Je nachdem, ob Interesse besteht. Auf alle Fälle ist es eine richtig enge Nummer geworden. Nach dem Topstart von Stefan Burmittler und Wolfgang Breuer im letzten Segment. Bis 30 geht's. Jetzt ist der Vorsprung auf knappe zwei Törchen zusammengeschrumpft. Und klar, also Stefan Burmittler kann alles, 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 alles. Und trotzdem nicht easy für so einen jungen Mann, das jetzt abzurufen. Jetzt muss er resilient zeigen. Widerstandsfähigkeit. Check-in mit Wolfgang. Weiter geht's. Bäm! Bäm! Was Pascal Salzgeber in diesem Segment bisher spielt, ist brutal. Ich glaube, das war die vierte Hütte von ihm. So, Stefan, du bist gefragt. Es ist echt bitter, dass wir verzögert sind. Ihr müsst es selbst miterleben. Und wir versuchen praktisch eher so allgemein euch einzufangen, als situativ zu kommentieren. Gar nicht easy, weil das Geschehen halt super spannend ist. Aber stellt euch unsere wohligen Stimmen im imaginären Ohr vor. So, ein Ei, das hilft. Für Ei werde ich manchmal gerügt. Aber es ist ohne Wertung, über Umwegereien, ungeplant. Das ist für mich ein Ei. Schicker Kantenpass. So, wer macht's? Nach wie vor knappe Nummer. Auch wieder mir ist aufgefallen, es gibt fast keine Schiedsrichter im Nations Cup. Ist mir aufgefallen. Ja. Ich habe nur keinen Schiedsrichter jetzt wahrgenommen irgendwo. Auch hier keine strittige Situation, gar in diese Richtung. Bissl am gar nichts. Bissl am gar nichts, ja. Der Top-Athleten am Tisch, alle fair. Und auch was wird immer wieder betont, auch, dass es schon sehr schön ist beim Tischfußball, dass es ein Sport ist. Also klar, manchmal braucht es Referees. Ich finde sie auch bei wichtigen Spielen willkommen. Allerdings finde ich es auch cool, wenn Teams wirklich das Agreement treffen und sagen, okay, wir kriegen das geregelt. Und ein Sport, der ohne Ref auskommt, spricht für gegenseitigen Respekt und Toleranz. Und das finde ich einfach eine schöne Nummer, wenn das funktioniert. Manchmal kann ein Schiedsrichter helfen, bin ich auch Befürworter. Aber grundsätzlich finde ich es schön, wenn die Kultur vorherrscht, dass man es einfach unter sich ausmacht und das auf Augenhöhe klärt miteinander. So, und wir gehen in die finale Phase dieses Spiels. Und zwar mit Gleichstand. Abgefahren, abgefahren, abgefahren. Und nochmal zur Erinnerung. Es gibt kein Verlängerungslimit, sondern ab 30 Tore muss ein Team zwei Punkte Vorsprung haben. Das heißt, theoretisch kann es bis ins Unendliche gehen. Aber toll, hier den Rückstand. Der Schwärzer aufgeworfen! Pascal Salzgeber schraubt so ein bisschen an einer One-Man-Show im Team. Eigentlich hatten wir vorher die Klassik-Disziplin, wo die Verteidiger den höchsten Impact haben. Er macht es vor, wie es auch im offenen, freien Spiel geht. Crazy starke Vorstellung. Alter Schwede! Oh, vorher habe ich Wolfgang gelobt. Jetzt hat er Probleme mit dem Rausspiel. Wow, und Hannes hat mehrmals die ganz dicke Chance. Körpersprache von Stefan geht so ein bisschen nach unten. Es wird eng. Österreich hat er immer so ein bisschen die Nase vorne. Beziehungsweise seit Kevin Hunsdorf übernommen hat. Da gibt es Coaching von Benny Wilford. Enge Sache. Enge Sache, enge Sache, enge Sache. Salzenator, das stimmt. Salzenator. Megaparty. Brutal. Oh, that's a change. Es geht ja sogar nach vorne, um das Ding vorne rein zu wamsen. Und das sagt einiges. Boah, und dann... Da bin ich wieder dabei. Was war da? Diese Entscheidung zu treffen. Ich habe einen Ansatz gemacht. Ready. Tak, tak. Praktisch. Mittelpuppe rüber. Auf links, außen. Rein und direkt ab. Leicht schräg. Crazy. Diese Entscheidung zu treffen. Absolut abgefahren. So, und jetzt muss Stefan und er tut's. Er tut's. Kurz zu hören aus dem Schweizer Team. Hannes Komm. Ja. Er ist gefragt. Bislang viel auf Pascal Salzgebers Schultern. Er muss performen. Aber erst mal an Stefans Fünf vorbei. Und jetzt Matchball. Britisch aus dem Matchball für die Schweiz hier ins Finale. Et voilà. Oh, da ist es. Es ist die Nationalmannschaft der Schweiz, die sich den Finaleinzug sichert. Und schon geknickt, nachdem es eigentlich einen Top-Start hingelegt ist. Stefan und Wolfe. Und bei Stefan ist deutlich zu sehen, dass es nagt und arbeitet. Und das darf es auch. Aber. Völlig okay. Ja, auch Niederlagen braucht es im Sport. So wächst man. Und trotzdem. MVP Pascal Salzgeber. Bist du das Wahnsinn, was der Typ da gerade abgerissen hat. Unglaublich. Pascal Salzgeber, eindeutig Man of the Match. Wow. Wow, ja. Von hinten wie vorne. Crazy, crazy, crazy. Und jetzt ist vielleicht sogar ein günstiger Moment, wo sich die Gemüter schon wieder beruhigen. Wen ist Final? Morgen. Morgen? Nein, Samstag. Ach so, war lecker. Samstagabend. Samstagabend ist das Finale. Samstagabend-Finale. Und wir schauen einmal, ob auf Tisch zwei. Wir haben da noch was für euch. Da haben wir nur eine Kamera auf dem Tisch. Voll lecker. Das ist jetzt Deutschland gegen Frankreich. Fynn Mayer mit Marvin Velasco gegen Adam Tourmant. Den erkenne ich, der spielt vorne. Den Hintermann erkenne ich da nicht. Und ich gehe mal schauen, wie das steht. Ja, mach das mal. Und ich sage in der Zwischenzeit kurz meinen Senf oder gebe meinen Senf dazu zur Formatnummer. Also, ich bin Fan von diesem Race 2 Format, weil Spannung, weil die Segmente schön verteilt. Es ist einfach zu folgen. Es ist eine klare Aufteilung. Gefällt mir super gut. Hat sich beim World Cup bewährt. Superspannende, geile Spiele gesehen. Mit Comebacks. Jeder Ball, jedes Tor ist wichtig. Top-Sache aus meiner Sicht. Und so wie ich Tischfußball kennengelernt habe. Und ich bin noch nicht so lang im Geschäft. Dieses Spiel gibt es schon sehr, sehr lang. Und trotzdem ist er in dieser Form so, ja, als Sport finde ich doch noch irgendwie gefühlt in den Kinderschuhen. Und genau deshalb braucht es aus meiner Sicht immer wieder neue Formatideen. Und so ein bisschen den Zeitgeist, Mut zu Veränderungen zu haben und Dinge zu probieren. Einfach um den Sport attraktiver zu machen und vor allem den Nations Cup zu stärken in seiner Attraktivität. Und dafür macht diese Formatänderung und auch damit gekoppelt, dass man natürlich Zeit einsparen muss. Weniger Vorrundenspiele in den klassischen Disziplinen. Dafür mehr Nations Cup, mehr Wertigkeit für die Nationalteams. Finde ich einen schlüssigen, richtigen Schritt. Und nichts ist in Stein gemeißelt. Ich sehe alles auch als Versuch. Und dann im Nachhinein kann man Bilanz ziehen. Also Zeitfinale würde mich auch interessieren. Und wo streamen? Samstagabend. Der Plan ist immer so ab 20 Uhr mit dem Nations Cup zu starten. Das heißt, Samstagabend steht es auf dem Zettel. Wo streamen? Genau hier und dann ohne Zeitverzögerung mit Kommentar und so, sondern in technisch einwandfreier Form. Lohnenswert da einzuschalten. So, wir sind bei 28 zu 20 fürs deutsche Team. Das heißt, aktuell sieht alles danach aus nach Schweiz, Deutschland. Aber muss ich schon sagen, von meiner Seite nochmals eine große Gratulation auch an die Schweiz. Die haben doch bombig gespielt. Und ich muss sagen, wenn du halt dieses Team schlägst auf Galando, wie sie da aufgestellt waren, dann hast du es dir einfach verdient. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das österreichische Team. Daniel Burmettler, Kevin Hunsdorfer, Wolfgang Breuer und Stefan Burmettler. Die zu besiegen, braucht man nicht mehr viel erklären, ist eine Bombenleistung. Herzliche Gratulation, nochmals. Ja, das ist die nächste Nummer, mit zwei Einzel- und einem Doppel. Genau, das ist die Vierer-Nummer, das dann einfach mehr. Zum Beispiel, wir haben heute Finnland gesehen, wir haben Saudi-Arabien, glaube ich, war mit dabei, oder? Oder haben die ein Team gestellt? Nee, aber da waren einige in Trainingsanzügen. Ich habe es in Bratislava gesehen, da war mal eine indische Abordnung dabei. Und ich finde es schön, also es ist leichter ein Nationalteam zu stellen und so kommt mehr zustande und fördert so ein bisschen die Internationalität, denn nicht alle sind so gesegnet wie Deutschland oder auch Österreich schon in den Fußstapfen, so gute Strukturen im Nachwuchsbereich und so auch zu haben. Das gehört gefördert. So, und jetzt ist Matchball für Marvin Velasco. Und auf der linken Seite gehen die Köpfe schon ein bisschen nach unten, habe ich das Gefühl. Ja, recht viel genauer kannst du den nach rechts nicht schießen. Starkes Stück Marvin Velasco, souveräner Finaleinzug. Das heißt, am Samstag, und das finde ich auch schön, da hat sich schon jemand in den Kalender eingetragen. Also, so soll das sein. Jetzt weiß ich nicht, wie ordnungsbedürftig du bist und wie schnell man in deinen Kalender kommt, aber grundsätzlich freut mich es. Und dieser Kalender, der Kalendereintrag ist definitiv einen Eintrag wert. Kann man sich anschauen, Samstag, Nations Cup geht es weiter und morgen schon ab. Circa 16, 17 Uhr, irgendwie so um den Dreh. Morgen, nein, spätestens ab dem Single-Core sind wir morgen live. Ah ja, stimmt, das ist ja praktisch Classic und so auch noch die Nummern. Sind die auch schon dabei, die Finalspiele? Thomas schaut mich an wie ein Fahrer. In seltenen Momenten Wortkack. Das ist jetzt ein Kompliment fast, wenn man dich mundtot bekommt. Wir starten auf jeden Fall mit dem Stream morgen wieder ab der ersten K.O.-Partie. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. Das ist entweder um 12 oder um 1. Also so gegen Mittag könnt ihr euch schon langsam wieder richten. Und spätestens gegen 13 Uhr oder so werden wir hier mit der ersten K.O.-Partie. Also morgen mal den kurzen Arbeitstag buchen und etwas früher nach Hause gehen oder einfach schon in der Arbeit schauen und noch ein bisschen Arbeitszeit aufschreiben. Funktioniert genauso. Aber danke fürs Zuschauen. Wir haben, glaube ich, einen tollen ersten Tag heute erlebt. Cooles Tischfußball. Viele Menschen hier auch mehr Teilnehmer als die letzten Jahre. Fast um ein Drittel mehr Teilnehmer als die letzten Jahre hier. Und von dem her, wir freuen uns. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Einen schönen Abend und gute Nacht, ihr Lieben. Baba, bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.